So. So. So, sind wir startbereit von der Technik? Ja, wir können uns reden. Okay. Ja, liebe Storytelling-Freunde. Okay, Raphael, du musst hier vielleicht noch den, oder ich nehme diesen Bildschirm raus, du musst noch einen Ton rausnehmen. Raphael, ich habe hier die Rückkopplung, den musst du noch rausnehmen, den Ton. So. So, dann nochmal, liebe Storytelling-Freunde, herzlich willkommen zum ersten Marketing Magic Fernsehen. Zur ersten Fernsehsendung ist aktuell ein Traum, den ich seit vielen Jahren hatte, aber ihr kennt das vielleicht von euch auch. Du hast immer viele gute Vorsätze. Wenn ich mal richtig Zeit habe im Marketing, dann habe ich noch die coole Idee und dann habe ich die coole Idee und dann mache ich das. Und ich hatte ganz viele Träume und Vorstellungen. Ich wollte so Serien machen, Renner und Penner, die besten Marketing-Spots, die besten Werbespots zeigen von Mercedes, von Coca-Cola, von allen, von Budweiser. Und dann wollte ich natürlich auch Flops zeigen. Und dann habe ich gedacht, es gibt so viele klassische Marketing-Dinge aus Steve Jobs, Dokumente im Marketing, die in den nächsten 10, 20, 30 Jahren noch gültig sein werden. Und die Ideen waren alle in meinem Kopf, aber ihr kennt das. Irgendwann dachte ich, ja, ich habe so viele andere Sachen zu tun, ich kriege das Ding gar nicht hin. Aber irgendwann gibt das Schicksal dir ja eine zweite Chance. Und ich glaube, im Marketing haben wir im Moment viele von uns eine Riesenchance. Ich brauche euch nicht zu sagen, dass die Krisenzeiten, Stichwort Corona, den Markt in einigen Bereichen dramatisch verändert haben. Aber für die allermeisten von uns, egal wie sehr uns in unserer Nische und unserer Branche das Ganze jetzt trifft oder nicht trifft, bei den allermeisten von uns ist es, mit Ausnahme der Supermärkte und einiger anderer, ist sehr viel ruhiger geworden. Und wir können von daher einfach hinschauen und sagen, Mensch, was wollte ich im Marketing eigentlich immer schon machen? Und mit welchen Strategien kann ich mich richtig für die Zukunft vorbereiten? Und ich habe deswegen gesagt, es gibt keine bessere Zeit als jetzt, als ich das mal sechs Wochen am Stück habe, neue Produkte, die ich immer fertig machen wollte, fertig zu machen, Coaching für unsere Mentoring-Teilnehmer zu intensivieren und natürlich auch neue Strategien auszuprobieren, um je nachdem, wie lange diese Krise andauert, wenn wir noch mehr von Live-Veranstaltungen auf online umsetzen müssen, um halt eben die Menschen Corona sicher zu erreichen, dass wir auch technisch in der Lage sind, das Ganze zu tun. Und ihr kennt es von mir, wenn ihr schon mal beim Dreitagesseminar wart, für die, die jetzt neu dabei sind, wir nehmen ja immer am dritten Tag euer Unternehmervideo dort auf, eure Positionierungsgeschichte und wenn der eine oder andere auch so ein bisschen Lappenfieber sagt, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon aufnehmen soll oder nicht, dann gehe ich jeweils hin und sage, hey, eins ist sicher, das erste Unternehmervideo, was du aufnimmst, ist garantiert das Schlechteste deines Lebens, das zweite ist dann das zweitschlechteste und irgendwann machst du das Zehnschlechteste und dann machst du das 50 Schlechteste und ab dem 50 Schlechtesten wird es dann schon richtig gut. Und genau so sage ich hier allen Storytellern heute Abend, das ist meine erste Live-TV-Show, ich glaube von den Inhalten, die ich vorbereitet habe, dass wir ganz wichtige, vielleicht mit die profundesten Inhalte überhaupt von der Strategie ansprechen, teilweise auch Inhalte, die ich noch nie öffentlich geteilt habe, bislang in Einzelcoachings vorgestellt habe oder in ganz kleinen Kreisen in unseren Mentorings vorgestellt habe, aber natürlich von der Technik und von dem, was wir im Hintergrund bildern, ihr seht, dieser Bildschirm ist schwarz, vielleicht funktioniert der nächste Woche für euch mit, aber ich verspreche noch nichts, auch wir sind dabei, alle Einzelheiten jeweils rauszufinden und dafür sage ich herzlichen Dank, also zunächst mal meine Überraschung war, ich hatte bislang immer für unsere Kunden eine Storyteller-Community und ich wollte die auch bewusst eher klein und beschränkt halten, dass wenn da Fragen kommen, ich auch zeitnah antworten kann, unser ganzes Team zeitnah antworten kann und dann haben wir gedacht, okay, aber wie können wir das Ganze in der jetzigen Zeit effektiv machen, weil ihr kennt meine Vision, ihr kennt meinen Traum zu sagen, Unternehmer mit hochwertigen Produkten verdienen die qualifiziertesten und die besten Kunden und das sehe ich gerade in der Krise und nach der Krise erst recht, sondern haben wir gesagt, wie können wir mehr Kunden erreichen und ich werde auch jetzt hingehen und euch da auch immer über die Schulter schauen lassen, weil ich bin von einem fest überzeugt, wir haben schon oder werden bekommen eine der stärksten, vielleicht die stärkste Wirtschaftskrise vielleicht der letzten 100 Jahre, seit 1929 und für Marketing-Techniken, auch wenn sich das ein bisschen hart anhört, ist das natürlich die Stunde der Wahrheit. Alles, was im Marketing wirklich gut funktioniert, funktioniert auch jetzt und alles, was im Marketing bla bla ist und was ein bisschen fluffy ist und was vielleicht in irgendwelchen Boom-Zeiten funktioniert, das kannst du ganz schnell verbrennen und vergessen, weil es nur deine Budgets verbrennt und ich werde auch hingehen auf unserem YouTube-Kanal und regelmäßig jede Woche in Zukunft exakt berichten, von Montag bis Freitag, was wir selbst im Marketing machen und ich werde euch eine Woche oder zwei später oder vier Wochen später, weil immer wieder Ergebnisse haben, schwarz auf weiß berichten, Stichwort authentischer Kaufmann, ehrbarer Kaufmann, das und das hat für uns funktioniert und das und das hat nicht funktioniert und deswegen will ich euch davor warnen und bewahren und heute, um mal zu sagen, okay, was ist der absolute Start, habe ich drei Strategiepakete für euch vorbereitet und ich lasse euch auch da wieder über die Schultern schauen, weil mein Team hat natürlich auch gesagt, Mensch Alex, wenn du jetzt acht Wochen lang hingehst und du machst eine 90 Minuten Marketing-Coaching-Veranstaltung, das pro Woche ein bis zwei Tage Vorbereitung und wie können wir das möglicherweise insgesamt so nutzen, dass es auf unsere Marke einzahlt und ich bin dann hingehabe und habe gesagt, was ist denn, wenn ich während dieser Marketing-Coaching-Veranstaltung, wo ich gleich, ich habe 35 Fragen und Kommentare bis gestern Abend gehabt und dann habe ich noch zwei Stunden in die Nacht hineingesessen und habe gesagt, okay, was brauchen die Teilnehmer, die mir da schon geschrieben haben und wie bereite ich die Vorträge dazu vor, mache noch ein paar Folien für euch, dass ihr das Ganze vom Zusammenhang her verstehen könnt. Wir werden nachher zum Schluss auf weitere Fragen gerne eingehen, ihr könnt mir auch in der Woche über immer wieder weitere Fragen in den Chat reinschreiben, weil das ist ja unsere Storytelling-Community und wir wollen uns da auch unter euch hier im ganzen Kreis austauschen über Sachen, die funktionieren und sehr gerne, ich lade euch ein, auch Sachen machen, uns über Sachen austauschen, die vielleicht nicht funktionieren. So, ich beginne damit, weil mir mein Team gesagt hat, hey, wenn du erstmal live gehst bei Facebook, das dauert oft noch 5 oder 10 Minuten, bis denn dann alle da sind, dass ich gesagt habe, okay, wir starten mal mit einer harmlosen Einstich-Strategie. Ich zeige euch mal, ich habe drei Strategien für euch vorbereitet, wie man mit dramatisch veränderten Märkten umgehen kann und soll. Die erste Strategie nenne ich Reset, die zweite Strategie ist, denke ich, du brauchst bei dramatisch veränderten Märkten einen neuen Marketingplan und die entscheidende Frage ist, wie entwickelst du den effektiv? Da komme ich drauf. Ich will euch aber direkt meine Meinung vorneweg sagen. Ich bin der felsenfeste Überzeugung, mindestens mit den Agenturen, mit denen ich bislang zusammengearbeitet habe, von denen weiß keine einzige, was für einen mittelständischen Unternehmen oder aus meiner Sicht auch nicht was für einen Großkonzern, was für die ein effektiver Marketingplan wäre. Was für die ein Plan wäre, wie alle Marketingmaßnahmen ineinander greifen und synergetisch zusammenwirken. Weil diese Agenturen ist auch nicht deren Job, das ist dein Job und mein Job, das ist unser Job als Unternehmer. Agenturen, die sagen, okay, wir machen dir eine Kampagne, wir machen dir einen Katalog, wir machen dir eine Homepage, wir machen dir vielleicht eine Landingpage. Aber wie die Dinge in deinem Marketing wie Zahnräder ineinander greifen, vom ersten Kennenlernen des Kunden, bis dass der Interessent nachher dein Kunde wird und bei dir abschließt, das sind selbstverständlich Sachen, die du und ich als Unternehmer rauskriegen müssen. Und ich habe ehrlich gesagt über 10 Jahre gebraucht, bis das Ding so eingedampft war, als Plan und als Formel, wie ich es heute habe. Und ich kann euch sagen, außer meinen Einzelcoaching und Mentoring, Kunden, da gibt es auch keine Veröffentlichung darüber, das ist das, was ihr heute exklusiv seht. Und dann habe ich eine dritte große Strategie, da werde ich auch eine eigene Präsentation für machen. Die schneiden wir auch nachher aus dieser Live-Show heraus und machen da ein eigenes YouTube-Coaching-Video. Ich nenne die Dinger Deep Dive, das ist jetzt zu gewissen Themen. 15 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde ganz in die Tiefe gehen. Die Strategie der 250 Lagerfeuer. Und wenn der eine oder andere heute Abend reinhört und sagt, ey, wird das meine Zeit lohnen, ich verpasse jetzt, ich habe echt keine Ahnung, weil ich fast nie Fernsehen schaue, ob ihr heute Abend Tatort verpasst oder irgendwas anders. Aber mein Team hat mir eingeschärft, Alex, du darfst nicht überziehen, wie bei deinen Webinaren. Weil wenn die Menschen 20.15 Uhr dabei sind, dann wollen die 21.45 Uhr, keine Ahnung, was dann anschließend kommt, irgendeine coole Heute-Show oder sonst etwas sehen. Und ich komme jetzt mit einigen sehr pointierten Versprechen und ich lade euch ein, mich beim Wort zu nehmen. Die Traffic-Strategie, die ihr hier heute haben bekommt, habe ich von keinem Traffic-Experten, der sich mit Online-Internet-Marketing oder sonst etwas beschäftigt. Weltweit habe ich noch nie gehört. Sie basiert auf einem völlig anderen Ansatz, den ich über 30 Jahre als Vertriebs-Coach und Trainer aufgebaut habe. Und sie erhält folgende Versprechen. Erstens, du kriegst lebenslang mit dieser Strategie Traffic. Du baust die einmal auf und sie funktioniert für den Rest seines Unternehmerlebens. Zweitens, sie kostet dich null Budget. Das heißt nicht, dass ich nicht auch empfehle, dass man noch Strategien mit Budget nehmen kann, um das Ganze turbomäßig zu beschleunigen. Aber ganz viele Zuschriften habe ich bekommen. Hey, ich bin im Start. Hey, ich bin am Anfang. Wie kann ich eine Online-Präsenz kostenlos und so weiter aufbauen? Und genau darüber werden wir heute Abend sprechen. Aber was noch viel wichtiger ist, die Strategie, die ich euch vorstelle, die ist nicht zerstörbar. Und diejenigen von euch, die schon Erfahrung haben mit Internet-Marketing, die werden wissen, die haben das so mitgekriegt, dass Google dann mal seinen Algorithmus geändert hat. Dann hast du zwei Jahre optimiert. Du warst bei Google auf der ersten Seite und dann hat Google wieder ein paar Schleichwege geschlossen und auf einmal bist du auf Platz 97. Oder du machst irgendetwas, was Facebook nicht gefällt und machst irgendwelche Anzeigen, die gegen deine Richtlinien verstoßen und dann ist dein Facebook-Account geschlossen. Ich kann also nur, auch wir setzen Budgets auf Facebook ein, große Budgets auf Facebook ein. Auch wir nutzen Google AdWords und so weiter. Aber ich kann nur allen sagen, das sollte nicht eine unternehmerische Traffic-Strategie sein, weil das sind alles geliehene Grundstücke. Und da entscheiden andere Leute. Da entscheidet ein Mark Zuckerberg, wenn er keine Lust mehr hat, weil er sich auf Großkonzerne konzentrieren will, dass auf einmal die Budgets für kleine Unternehmer so teuer werden, dass der Kanal für dich faktisch nicht mehr funktioniert. Und aus meiner Sicht mit der coolste Punkt, viele werden auch von euch das wissen, wenn du hingehst und interessierst dich für irgendein Online-Marketing-Konzept eines Wettbewerbers, dann gibst du einfach dessen Webseite in irgendeine dieser Analyse-Webseiten ein und dann schaust du dir an, wo kommt dessen Traffic her, wo sind dessen Quellen und welche Anzeigen schaltet der. Also das ist für jeden, der ein bisschen bewandert ist, eine Stunde Arbeit, deine komplette Online-Traffic-Strategie zu kopieren. Auf denselben Webseiten, Banner-Ads zu schalten, wo du die geschaltet hast, vielleicht mit noch attraktiveren Angeboten und dir mit deinem eigenen Konzept, für das du vielleicht Monate gebraucht hast, innerhalb von Tagen Konkurrenz zu machen. Die Strategie, die ihr heute Abend kennenlernt, ist mein Versprechen, ist komplett unkopierbar. Sie kann niemand von außen, kann dir dort in deine Suppe hineinspucken. So, das sind meine drei großen Versprechen für heute Abend und damit legen wir los. Ah, und das sollte ich auch noch fairerweise sagen, diese Strategie erfordert etwas Arbeit, aus meiner Sicht überschaubar Arbeit, deswegen ist sie gerade für Start-ups, die viel Zeit haben und deswegen sagen, boah, da kann ich ein bisschen intensiver hineingehen und ich kann deswegen sehr schnell große Traffic-Mengen erreichen mit Null-Budget, eine besonders coole Strategie und sie ist auch deswegen besonders cool, weil faule Menschen schlichtweg sagen, eh, solange ich nur meine Kohle raushau bei Facebook und das auch schon funktioniert und vielleicht auch noch die nächsten ein, zwei Jahre funktioniert, muss ich nicht strategisch tiefer gehen, das tun. So, und hallo zusammen, Grüße aus Niederbayern, dann lese ich gerade so zwischen hinter mir auf der Anzeige. Mal gucken. Gut! Freunde, lasst uns anfangen. Der erste Punkt ist klein, der ist dieses Warming-up, um zu sagen, wer noch der eine oder andere dazukommt. Ich empfehle euch ein Reset. Was mir in den letzten Tagen aufgefallen ist und das hat mich auch veranlasst, unsere eigene Webseite, unsere ganze Kommunikation anzuschauen. Ich lade euch ein, als allererstes, wenn ihr es noch nicht getan habt, das gesamte eigene Kommunikationsangebot mit eurem Markt einmal mit neuen Augen zu lesen. Ich bin ja auch in der Zielgruppe von einer ganzen Reihe von Kollegen und wenn ich dann so Anzeigen sehe, so nach Motto, Trainerausbildung in vier Tagen zum Speaker und du siehst mit keinem Satz in der gesamten Kommunikation wird darauf eingegangen, ist das jetzt eine gute Zeit, Speaker zu werden, ist das eine besonders gute Zeit, Speaker zu werden, was mache ich, wenn ich jetzt die Ausbildung gemacht habe, wenn vielleicht Live-Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmern noch ein halbes Jahr verboten bleiben und so weiter und so fort und du merkst einfach, da hat jemand seine Werbung weiterlaufen lassen, dann ist das in einer solchen dramatischen Krise wie jetzt schlichtweg kontraproduktiv, weil die Leute entweder denken, es ist nicht relevant oder da hat jemand übersehen, die Werbung wieder abzuschalten, aber er fühlt sich nicht angesprochen. Also guck dir einfach alle Dinge an und es gibt so ein Prinzip in der Entscheidungstheorie, das heißt Ocams Razor Principle, das heißt, du setzt, wann immer du eine, fragst dich, soll ich eine Entscheidung aufrechterhalten, fragst du dich, würde ich genau diese Entscheidung heute hier wieder treffen. Und wenn du zum Beispiel ein solches Speaker-Seminar hast, vier Tage Coaching und du würdest es mit dem Text, der jetzt auf deiner Webseite steht, heute deinem Markt nicht mehr anbieten. Du würdest eine andere Einleitung haben, du würdest in irgendeiner Weise kommunizieren, dass Krisenzeiten immer Aufbruchzeiten sind. Das ist übrigens meine feste Überzeugung. In allen Krisen, wenn ihr euch ein bisschen mit Geschichte auskennt oder euch mit Geschichte beschäftigt, werdet ihr sehen, Krisen haben immer auch Märkte verschoben. Es gab nach jeder Krise nachher Krisengewinnler und es gab Krisenverlierer. Und Krisengewinnler waren immer diejenigen, die die richtigen Strategien genutzt haben, um in der Zeit einfach die neuen Freiräume, die sich ergeben, als erste zu betreten und als erste zu nutzen. Und hier drei konkrete Tipps. Also das erste hatte ich schon gesagt, ihr solltet nicht mehr passende, nicht mehr zur aktuellen Situation passende Kommunikation einstellen. Und mir ist ein zweiter Punkt aufgefallen, das mag für euch eine Kleinigkeit sein, ich fand den sehr mächtig. Ihr solltet eure Fotos sensibel auswählen. Schaut vor vier oder sechs Wochen, wer irgendein Foto hatte von einer Sportveranstaltung, Stadion mit 20.000 Fußballfans, wer eine volle Pizzeria hatte mit 150 Menschen, die dicht gedrängt an irgendwelchen Tischen saßen oder eine Aufnahme hatte von einer Diskothek und du hast es heute noch auf deiner Webseite, weil du irgendwelche Stockfotos gekauft hast und halt eben strahlende Menschen und Community zeigen willst, dann wirst du bei ganz vielen Menschen, so wie die Presse uns in den letzten vier Wochen Medienlandschaft auf Panik und Angst zum Thema Corona geeicht und geimpft hat, wirst du ganz befremdliche Reaktionen triggern. Diese Bilder sind, darum wird es mir weniger gehen, natürlich ist es auch schön, wenn wir Politiker korrekt sind, aber diese Bilder sind psychologisch unkorrekt. Die triggern im Moment Ängste und die triggern im Moment Widerstände und deswegen rate ich dir, schau dir deine Fotos ein, würdest du die heute noch mal wählen. Und der vielleicht wichtigste Tipp und dann sind wir so mit unserem Warming-up vorneweg durch, ihr solltet dem relativen Imperativ folgen. Der relative Imperativ, das habe ich mal vor Jahren gelernt von einem meiner Mentoren und Lehrer, dem Jesuitenpater Rupert Lai. Und Lai hat damals gesagt, in Krisenzeiten oder auch in Vorstandssitzungen oder in Direktoren-Meetings, in Diskussionsrunden, wenn es emotional heiß hergeht, dann bedeutet der relative Imperativ erstens, du solltest nicht der Lauteste im Raum sein und zweitens, du solltest nicht der Leiseste im Raum sein. Bei dem Lautesten, der kriegst du oft den Beigeschmack, er ist nicht mehr sachlich, er ist unsachlich, er hat die emotionale Kontrolle verloren. Und wenn du der Leiseste im Raum bist, dann wirst du gerade, wenn es emotional engagierter wird, wirst du von den Menschen gar nicht mehr gehört. Und ihr könnt das sehen. Diejenigen, die im Moment entweder sehr laut schreien und sagen, hey, völlig unverantwortlich, wir müssten Verhältnisse haben wie in Österreich, Menschen dürfen nur noch, am besten alle in Quarantäne und die wenigen, die wir rauslassen, die müssen mit Nasenschutz und Atemmaske in den Supermarkt gehen, die wirken auf uns nicht so glaubwürdig. Und die, die so tun, als sei gar nichts passiert, die haben auch nicht so eine Riesengefolgschaft. Also egal, wie ihr euch positioniert, aus meiner Sicht sollten wir alle unser Möglichstes tun, weil ob wir eine medizinische Katastrophe haben oder bekommen, da sind sich die Experten drüber sehr uneins, dass wir bereits jetzt schon eine wirtschaftliche Katastrophe haben und die sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten, je länger wir diesen Shutdown durchhalten müssen, noch dramatisch verstärken wird, in einer Art und Weise, die wir vielleicht die letzten 100 Jahre nicht gesehen haben. Das kann sich jeder ausrechnen, der ein bisschen mitdenkt. Also insofern meine Einladung, egal wie ihr als Leader in eurem Marktsegment dazu steht, tut es weiterhin mit Enthusiasmus, tut es weiterhin mit Entschiedenheit, aber eben auch mit dem relativen Imperativ. Achtet dann darauf, dass ihr nicht die Lautesten seid, aber eben auch nicht die Leisesten. So, und dann sage ich, das war unser kleines Warming-up. Alle, die bislang dazugekommen sein sollten, sollten dabei sein. Und ich habe mir, nachdem ich all diese Kommentare gelesen habe, ich habe natürlich viele Module, mit denen man in so einer Krisensituation starten kann. Da habe ich mir aber eins gesagt, was vielleicht für 80, 85 Prozent derjenigen, deren Kommentare ich gestern gelesen habe, und damit vielleicht repräsentativ auch für alle anderen, mit am wichtigsten ist, ist, dass ihr mal aus meiner Sicht versteht, wie sieht die Gesamtkette Kundenakquisition aus? Etwas aus meiner Sicht, was in keinem Marketing-Lehrbuch steht, worüber keine Agentur mit euch sprecht. Und wenn das so okay ist, ich habe gedacht, hey, wir sollen auch mit Marketing-Magic heißt ja auch, wir haben ein bisschen Spaß zusammen, okay? Wenn ihr also so nett seid und spielt eine Minute oder zwei Minuten mit mir, dann habt ihr auch noch ein Memo, dann habt ihr auch noch ein Erinnerungsbild im Kopf. Das ist mein Versprechen, dass ihr euch erstens für den Rest eures Lebens nicht mehr verlässt und mit dem ihr zweitens sehr viel weiter seid als jeder Agenturchef. Ihr könnt euch lässig mit jedem selbsternahnten Marketing-Experten in die Diskussion begeben. Und ihr nehmt nur diese fünf Elemente mit, die ihr jetzt von mir bekommt, okay? Und wir schauen uns nachher gemeinsam an, was diese Elemente bedeuten und wie ihr daraus genau jede Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied erkennt, wo stecken eure individuellen Hausaufgaben jetzt in der Krise, um nachher Bulletproof wie ein Phönix aus der Asche zu steigen. Deal? Okay, hier ist das Punkt. Also wir stellen uns vor, wir gehen zum Beispiel Gesamtpolitiker korrekt, wir gehen jetzt gemeinsam als große Gruppe in irgendeine Fußgängerzone, aber mit anderthalb Meter Sicherheitsabstand, ja? Und weil wir diesen Sicherheitsabstand haben, wir gehen auch unabhängig voneinander und so, dass wir nicht eine Gruppe sind. Und ihr stellt euch jetzt vor, in dieser Fußgängerzone sehen wir von links nach rechts als erstes eine Lippfasssäule, okay? Bitte seht die mit offen und mit geschlossenen Augen. Ihr seht als erstes eine Lippfasssäule. Und rechts neben dieser Lippfasssäule seht ihr ein Schaufenster. Das gibt es ja manchmal auch in Fußgängerzonen, dass jemand sich so eine Art Vitrine kauft und hat dann so ein extra Schaufenster mitten in der Fußgängerzone und dann steht, hier sind ein paar Uhren und jetzt kommt es zu meinem Uhrengeschäft. Okay? Also ihr seht, glaube ich noch überschaubar, erst eine Lippfasssäule, neben der Lippfasssäule, meinetwegen rechts daneben, seht ihr ein Schaufenster. Und rechts neben dem Schaufenster, da seht ihr so eine Probiertheke. Und da steht jemand und sagt, hey, heute Käsewürfel, da hat so ganz viele Käsewürfel, sagen wir Gouda, Käse da, und sagt, wollen Sie mal probieren? Okay? Und es ist immer noch einfach, wir sehen eine Lippfasssäule, wir sehen ein Schaufenster und wir sehen die Käsewürfeltheke. Okay, wir probieren diesen Käsewürfel, der schmeckt ausgezeichnet, wir gehen weiter und dort steht jemand, ja, ich sag mal mit so einem Arztkittel, mit so einem Stethoskop und der sagt, oh, haben Sie vielleicht Käseallergien, soll ich Sie mal eben untersuchen, wollen wir mal eben eine Diagnose machen, welcher Käse zu Ihrem Ernährungstyp, zu Ihrem Gentyp am besten passt. Also wir haben eine Lippfasssäule, wir haben ein Schaufenster und die Käsewürfeltheke und daneben den Doc, der uns untersucht, welcher Käse zu unserem Verdauungsprozess am besten passt. Und dahinter steht noch einer, der hat so Käsestücke und der steckt oben in diese Käsestücke immer einen Einkaräter Diamanten rein, ja, so eine Anstecknadel mit Einkaräter Diamanten und sagt, das ist mein unwiderstehliches Angebot. Heute Käsewürfel plus Einkaräter, alles für einen Euro. Und ich weiß, jetzt werde ich sagen, Alex, der geht mal wieder die Fantasie durch, der ist komplett bescheuert. Nein, also mindestens in meiner Vorstellung ist er nicht, weil wenn ihr diese fünf Bilder bis zum Rest eures Lebens nicht vergesst, habt ihr eine Komplettstruktur, an der ihr jeden Marketingplan ausrichten könnt. Und das zeige ich euch jetzt, das ist der Deal. Schauen wir uns als nächstes mal an, wofür steht die Lippfasssäule? Ihr wisst das vielleicht, wenn nicht, ich habe es für euch recherchiert. Der Berliner Buchdrucker Ernst Lippfass hat 1855 die Genehmigung bekommen von der Berliner Stadtregierung, dass er im Stadtgebiet, am Anfang waren es 150, dass er 150 Lippfasssäulen aufstellen dürfte. Das ist also jetzt etwa 165 Jahre her. Und überlegt mal, was das bedeutet. Bis dahin, 3000 Jahre Marketing seit dem alten Rom, daher kommt auch der Begriff Marketing, hat etwas mit Märkten zu tun. Die Menschen sind mittwochs und samstags und wann sonst immer Markt war, auf den Marktplatz gegangen, wo die Unternehmer waren. Also, du warst als Unternehmer immer passiv. Du musstest warten, bis deine Kunden zu dir hinkamen. Und für mich ist die Lippfasssäule das Symbol, dass seit 1855 es gibt, dass wir so etwas machen können, was vornehme Menschen heute Unterbrechungsmarketing nennen. Du bist also vielleicht juweliert, du hast dein Schaufenster irgendwo in der Fußgängerzone, aber du kannst jetzt an strategischen anderen Stellen im Stadtgebiet auf 10 oder 20 Plakaten hinschreiben, hey, ich bin Juwelier, hey, bei mir gibt's die neue Uhr und wenn du innerhalb der nächsten 10 Tage kommst, diese Uhr zu kaufen, kriegst du das Etui oder die Jahreswartung kostenlos mit dazu. Du kannst also das Angebot von deinem Schaufenster, wenn du so willst, zu irgendwelchen Menschen hintragen. Und natürlich sollte der Call to Action auf so einer Lippfasssäule sein. Und deine Lippfasssäulen heute können in der Tat Lippfasssäulen sein. Es könnte ein schwarzes Brett bei Rewe sein, wenn du Kleinunternehmer bist. Es könnte auch eine Anzeige in der Volkshochschulzeitung sein, wie auch immer. Also alles, wo dein Schaufenster noch nicht ist, wo du auf dich aufmerksam machst und sagst, kommt doch zu mir, ich habe was Cooles für euch. Das ist für mich die Metapher. Der erste Schritt in jedem Marketing ist Lippfasssäule. Und ich gehe das Ganze jetzt mit euch gleich einmal durch, alle fünf Schritte, dass ihr die seht. Und dann, als wir mit dem Shutdown in Deutschland da gesessen haben und gesagt haben, okay, unser Marketingplan 2020 ist teilweise überfällig. Reichen die Lippfasssäulen, die wir haben, noch aus? Oder brauchen wir neue Lippfasssäulen? Brauchen wir mehr Lippfasssäulen? Und wenn ja, welche? Und das ist das, was ich euch vorstellen will. Ihr bekommt ein System, wo ihr individuell schauen könnt, hier bin ich stark in meinem Marketing. Hier bin ich gut aufgestellt für die Krise. Oder eben auch nicht, hier kann ich etwas verändern und hier will ich etwas verändern. So. Also der Schritt ist, du erreichst an Lippfasssäulen Menschen, die gar nicht zu deinem Schaufenster hinkämen und du kannst sie motivieren, zu deinem Schaufenster zu kommen. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte, den Witz gibt es in verschiedenen Varianten. Das ist für die Story vom frommen Karl. Der war in seiner Jugend Messdiener und anschließend ist er fast jeden Tag, auch wochentags in die Kirche gegangen, hat immer zum lieben Gott gebetet, war ein frommer Mensch, hat seine Kinder erzogen, haben bei allen Mahlzeiten gebetet und in seinem Nachtgebet hat der fromme Karl immer zum Herrgott gesagt, Herrgott, ich möchte bitte einmal sechs Richtige im Lotto haben und eine Mio gewinnen. Und das passiert aber nicht. Und irgendwann, der ist schon alt und hoch betagt, irgendwann hoch in den 80ern, verstirbt er, ist dann an der Himmelspforte, wird vom Herrgott begrüßt. Und der Herrgott sagt, Mensch, du warst ziemlich gottesfürchtig, ich hast dein Leben lang einen guten Job gemacht. Und sagt der Karl, ja, das fand ich auch, aber du, ich habe 70 Jahre lang gebetet, dass ich mal sechs Richtige im Lotto hatte und du hast mir den Gefallen nie getan. Und ihr kennt den Witz wahrscheinlich, ihr kennt auch die Antwort vom Herrgott. Der Herrgott sagt, Karl, du hättest mir ja wenigstens einmal eine Chance geben können und dir einmal ein Los kaufen können. Ich weiß, als Witz, das ist ein bisschen flach, aber im Marketing ist das bitterer Ernst. Ich kenne, um es mal ganz hart zu sagen, eine Menge Unternehmer, auch Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, die ins Mentoring kommen, die sind an gar keiner Litfaßsäule vertreten. In aller Regel deswegen, weil sie so gute Unternehmer sind, weil sie in der Vergangenheit von viel Mundpropaganda gelebt haben. Aber sie merken irgendwann, dieser Strom von Mundpropaganda reißt ab. Und ich habe gerade den Namen nicht da, seht es mir nach. Ich liefere das gleich nach. Ich habe mir eine Mindmap gemacht, wo ich auf die Einzelnen eingehe. Wenn ich es richtig sehe, ist das ein Herr Plattner. Ich hoffe, ich darf auch zu dir du sagen, aber ihr habt den vor. Namen im Moment gerade nicht. Der irgendwo gesagt hat, hey, ich habe ganz viele coole Sachen, aber mich kennt keiner. Und das ist meine erste Frage, da kommen wir dann gleich nochmal zurück, wenn wir auf die Einzelheiten gehen, dass wir uns damit beschäftigen und sagen, cool, wenn dich keiner kennt, bist du wahrscheinlich auch nicht auf irgendwelchen, für deinen marktrelevanten Litfaßsäulen. Also das ist der erste Punkt. Ich sage euch direkt eins, was ich festgestellt habe. Ihr müsst euch das vorstellen. Die letzten zwei Jahre hatte ich, wenn ihr so wollt, nur eine Litfaßsäule auf Facebook. Ich habe gesagt, hey, es gibt ein cooles Gratis-Coaching von mir. 90 Tage Storytelling im Business. Und allein das hat dazu geführt, dass wir das Blockbuster-Story-Skript, unser Einstiegsprodukt, ein 2.000 Euro Coaching-Produkt mit einem 8-Wochen-Kurs und individueller Umsetzung, dass wir das jetzt in der Größenordnung etwa von 2,3 Millionen Euro Umsatz damit generiert haben. Und jetzt stellt euch vor, ja, das funktioniert sehr gut. Ja, wir brauchen nicht mehr zu tun. Und jetzt kommt Corona und sagt zu uns, hey, mein lieber Alexander, du hast ein einziges Plakat für eine Litfaßseile. Wie viele Ideen hast du im Schrank? Wie viele andere coole Sachen hast du in all den letzten Monaten nicht gemacht, weil du nie Zeit hattest und immer nur gecoacht hast? Und da ging dann unser Brainstorming los. Und wer Lust hat, das auf YouTube in den nächsten Tagen und Wochen zu verfolgen, der kann das tun, weil ich breche jetzt einzeln runter, was machen wir jeweils zu unseren Strategien dort. So, das ist Punkt 1. Guck dir mein Schaufenster an. Jetzt Schaufenster und hier kommt der entscheidende Punkt. Schaufenster ist für mich die Metapher, der Kunde kommt in irgendeiner Weise zu dir. Wenn du ein Ladengeschäft hast, steht der vielleicht vor dem Schaufenster draußen. Wenn du eine Webseite hast, liest er sich den Inhalt auf deiner Webseite durch. Aber hier kommt die entscheidende Metapher vom Schaufenster. Der Kunde kann anschließend weggehen, ohne dass du mit ihm gesprochen hast und ohne dass du ihn wieder ansprechen kannst. Er ist einfach für dich weg. Wenn du also im Online-Marketing in irgendeiner Weise tätig bist, weißt du, das sind vielleicht Leute, die waren auf deiner Landingpage, aber die haben sich nicht angemeldet. Von denen hast du keine E-Mail bekommen und mit denen kannst du jetzt nicht in die weitere Kommunikation eintreten. So, und deswegen ist hier ein ganz entscheidender Satz drin. Der fehlt in vielen Schaufenstern. Und mal ganz ehrlich, der fehlt auch oft bei REWE und anderen Fachgeschäften. Dass du nämlich siehst, das ist im Schaufenster, was mich jetzt motiviert, gerade heute da reinzugehen. Und deswegen steht hier als meine Metapher und heute gibt es bei uns eine Käseverkostung. Und wenn du zum Beispiel ein YouTube-Video machst, irgend über deine Fachgebiete coacht, also ich habe hier beispielsweise den Heilpraktiker, der mir geschrieben hat, ihr könnt das ja alles im Chat nachlesen, der gesagt hat, hey, ich dürfte weiter behandeln und die Leute könnten auch zu mir kommen, aber sie tun es jetzt im Moment nicht. Hey, wenn du dich jetzt fragst, was ist ein Auffänger, was kannst du auf deine Litfaßsäulen schreiben? Was kannst du vielleicht deinen Kunden in einer E-Mail schreiben? Sie sind ja nicht bei dir in der Praxis, aber sie lesen das zu Hause bei sich am Bildschirm. Und ich meine, ein Punkt nur, ich bin kein Experte, ich bin weder Medizinexperte noch Volkswirtschaftler, um hier irgendwo sagen zu können, außerhalb gesundem Menschenverstand ist so und so, wird es und solltest und kann es in der Krise weitergehen. Auf einen Punkt bin ich fest überzeugt. Du hörst von allen Medizinern im Moment, schnall dir eine Atemmaske vor, wasch dir die Hände 28.000 Mal am Tag. Der gesunde Menschenverstand wird sagen, was können wir denn tun zur Verbesserung unseres Immunsystems? Und da kann ich, da bin ich auch kein Experte, aber ich denke, wenn der Heilpraktiker Kollege heute Abend zuhört, ob du den Menschen sagst, mach Vitamin C, ob du den Menschen sagst, du musst deine, keine Ahnung, dein Cholesterin oder was weiß ich auch immer, dein Stresshormon Cortisol runterkriegen. Nochmal, ich bin da kein Experte, aber du bist der Experte. Und wenn du sagst, Sofortmaßnahmen zur Steigerung des Immunsystems, wie sie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Corona ihnen nichts anhaben kann, oder dass, falls es sie treffen sollte, ihr Immunsystem robuster reagiert, bin ich sicher, hast du im Moment eine Zuschauer- und eine Zuhörerquote. Und wenn du dann sagst, hey, hier ist meine Checkliste mit 10 Punkten, dann ist das deine Käseverkostung. Und damit kannst du, und das ist zum Beispiel auch einer der interessanten Punkte, ich habe auch so Zuschriften bekommen, so nach Motto, hey, man hat mir den Laden geschlossen, ich bin Handwerksbetrieb, ich darf im Moment nicht auf der Baustelle sein, und ich kann natürlich auch nicht online arbeiten. Es gibt eine ganze Reihe Unternehmen, von Möbelgeschäften angefangen, Kosmetiker, Friseure und andere, die jetzt im Moment gar nicht im Sinn von neue Kunden akquirieren können, weil der Kunde gar nicht zu ihnen in den Laden hineinkommen darf. Und für die stellt sich die Frage, und deswegen finde ich diese Marketing, diese Kette, die wir heute Abend besprechen, diese 5 Elemente so wichtig, wenn du im Moment vielleicht gerade nicht verkaufen kannst, aber, und überleg mal, ich behaupte, die Menschen haben so viel Zeit wie selten in ihrem Leben, in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten. Sie haben ein ganz hohes Lese- und Informationsbedürfnis, weil sie ständig von Medien neue Entwicklungen hören und so weiter, auf dem Laufenden gehalten sein wollen, wie es mit Corona und anderen Dingen weitergeht. Die Menschen sitzen viel zu Hause, sie kommunizieren, weil sie nähe ins Restaurant gehen und so weiter mit vielen ihrer Freunde nicht können. Sie kommunizieren über WhatsApp, sie kommunizieren über Facebook. Also aus meiner Sicht, das zeigen auch die Werbebudgets, die wir einsetzen, hast du im Moment so viel Aufmerksamkeit für deine Themen, wie vielleicht selten oder nie zuvor. Und es mag sein, die Frage ist, manche Produkte verkaufen sich, wir testen das noch, ich kann dazu für uns nichts sagen. Wir haben im Moment entschieden, die Menschen haben den Kopf voll mit vielen anderen Dingen. Es kann deswegen sein, dass das ein oder andere Produkt, was wir normalerweise anbieten würden, jetzt weniger nachgefragt wird und deswegen unsere Marketingkosten höher wären. Dass wir gesagt haben, aber auch eins ist klar, die Menschen interessieren sich dramatisch dafür, wie geht es mit mir und meinem Unternehmen nach der Corona-Krise weiter. Und deswegen interessieren sie sich für alles und das zeigt auch unsere Anmeldequote. Also ich kann euch das sagen, ich bin da komplett transparent. Wir hatten vorher 441, ihr könnt es ja jeweils aktiv sehen. Wir hatten vorher 441 zugegeben Kunden. Also das waren alle Menschen, die mehrere Tausend Euro in unsere Coachings investiert haben, weil wir die Gruppe daraufhin beschränkt haben. Jetzt haben wir gesagt, wir haben so viele Freunde, wir haben so viele Storyteller, die uns Feedback schicken und so weiter, die regelmäßig unsere Newsletter öffnen, dabei sind, die bei meinen Webinaren dabei waren. Wir laden die alle zu diesem Coaching ein und wenn ihr mich gefragt hättet, hey, was denke ich seit Samstag Mittag? Wir haben eine Mail rausgeschickt am Samstag und ich habe dann heute noch mal eine zweite rausgeschickt und wir waren eben Stand, kurz bevor wir gestartet sind, bei 1900 Mitgliedern in dieser Facebook-Gruppe. Also wir haben etwa 1500 Mitglieder in zwei Tagen dazu gewonnen für kein Produkt, keine Verkaufs- oder sonstigen Aktivitäten, aber für Menschen, die sich für das Thema interessieren und Coaching-Input haben wollen. Und ich bin sicher, daraus wird sich natürlich die ein oder andere Coaching-Beziehung in Zukunft ergeben, wenn die Märkte sich wieder öffnen. Käsewürfel, lass die Menschen deine Kompetenz schmecken und probieren. Und wenn ihr diese drei Sachen seht, dann merkt ihr schon, dass das bei vielen Unternehmen gar nicht zusammenläuft. In der Litfaßsäule, ja, da steht manchmal, guck dir mein Schaufenster an. Wenn du aber ein Schaufenster von außen anschaust, also eine Landingpage anschaust, dann wird nicht wirklich verkauft, was ist das Gratisgeschenk, was ist das Opt-in-Produkt, was ist das, was drinnen für mich nützlich und gut wäre. Und deswegen sind die einzelnen Elemente nicht miteinander verzahnt. Also Käsewürfel heißt, wenn ich zum Beispiel ein Fitnessstudio habe und wenn ich im Moment schließen muss, weil das Vater Staat so angeordnet hat, dann habe ich natürlich viele Menschen, die jetzt zu Hause sind, die vielleicht auch frustriert sind, die überlegen, soll ich meine Mitgliedschaft kündigen, werde ich sie nachher nicht verlängern. Wer würde dich hindern, dich jeden Tag eine Viertelstunde vor deine Kamera zu setzen? Du hast wahrscheinlich von der Mehrheit deiner Mitglieder eine E-Mail-Adresse und sagst, pass auf. Oder wie ich es heute mache, auf Facebook live zu gehen und sag, pass auf, wer mit mir einen Aerobik-Kurs Corona sicher haben will, ich bin jeden Abend von 18 bis 18.45 Uhr, stehe ich in meinem Studio und ich mache eine Aerobik-Lite-Session. Oder ich mache ein 20 Minuten Stretching-Training. Oder ich nehme für euch Videos auf, was ihr 20 Minuten zu Hause machen könnt. Oder was auch immer. Oder ich beantworte Fragen zum Thema, wenn ich jetzt mehr sitze und mich weniger draußen bewegen kann und darf oder will, weil ich ängstlich bin. Was könnte ich denn dann tun? Also das sind alles Überlegungen, die jetzt nicht direkt dazu führen, ich verkaufe neue Jahresmitgliedschaften im Fitnessstudio, die aber in der Marketing-Kette davor kommen und mir eben zeigen, was ich tun könnte. So. Wenn ihr den Käsewürfel probiert, musst du natürlich sagen, hey, willst du noch mehr wissen? Und dann kommt Stethoskop. Was schmeckt dir am besten? Schaut einer meiner Gründe. Ich kann nicht Gedanken lesen. Ich kann mir meine Vorstellung machen, was unsere Herausforderungen im Moment sind im Marketing. Und ich weiß sicher auch bei einigen sehr guten Kunden auch ziemlich genau, was sind inzwischen Freunde von mir, wir telefonieren regelmäßig, wie die mit diesen Herausforderungen umgehen. Aber was die größten Sorgen und Ängste einer größten Mehrheit von mittelständischen Unternehmern sind, da kann ich mir vielleicht ein bisschen was ausdenken, aber ich weiß nicht empirisch. Aber in dem Moment, wo ich sage, hey, lasst uns doch eine Win-Win-Situation kreieren. Ich biete euch an, wir machen acht Wochen Coaching, richtig intensiv, richtig in die Tiefe, wenn ihr wollt, und ihr liefert mir eure Fragen an. Das ist für mich, wenn ihr so wollt, auch ein Teil unserer Stethoskop-Situation. Wenn ich 200 Fragen habe, dann habe ich garantiert wieder Pareto, dann habe ich die 20 Prozent der Fragen, die 80 oder 90 Prozent aller mittelständischen Unternehmer jetzt unter Nägeln brennen. Und ich kann natürlich in meinem Coaching mich ganz präzise auf das ausrichten, was unsere Kunden am meisten interessiert. Und jetzt habe ich eine zugegeben sehr gewagte Metapher genommen, und da will ich ein bisschen in die Tiefe gehen, weil es mir wirklich ein Herzensanliegen ist, und da sind wir mit dieser ersten Präsentation auch entsprechend durch. Ich habe es bewusst mal so provokant gesagt, Diamant für einen Euro. Und Diamant für einen Euro ist aus meiner Sicht eine eurer größten Hauptaufgaben als Unternehmer, auch gerade in der jetzigen Zeit. Nämlich wie schafft ihr ein für den Kunden unwiderstehliches Gesamtangebot? Und wenn ich das heute Abend mal so offen sagen darf und ansprechen darf, achso, seht ihr, das passiert so, wenn man live geht, Prinzip Litfaßsäule. Haar, guck, ich mache nur die Übersicht und erzähle euch schon alle weiteren Inhalte. Also ihr seht, wir hecheln jetzt durch, was ihr noch hättet mitlesen können. Übrigens, wenn ihr das Ganze nachher irgendwo haben wollt, ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe heute Nachmittag, also nur, dass ihr das mal von mir gehört habt, ich bin, da werden meine Söhne sicher zustimmen, einer der technisch unbegabsten Menschen auf diesem Planeten. Ich habe, glaube ich, vor diesem Live-Coaching so viel Adrenalin gehabt, wie vor den letzten 20 Seminaren zusammen nicht. Aus dem einfachen Grund, weil ich musste ja alle Kameras, alles, was ihr heute seht, alles selber zusammenstöpseln und wenn ihr mich aus irgendeinem Grund nicht hören könntet oder nicht sehen könntet, dann würde niemand, wie cool ich das bei meinen Webinaren habe, da sitzt die Technik in Deutschland, die sind alle auf meinem Rechner und die können alles helfen und die können alles reparieren. Also heute könnte ich dazu, ja, läuft nur das, was ich hinkriege und zugegeben wenig. Und dann seht ihr hier wieder in der Live-Situation habe ich halt an der Übersicht schon alles erklärt und gebe euch jetzt aber nochmal die Inhalte und ihr könnt, und mein Team wird nachher sagen, wo das ist, ihr könnt diese Ergänzungsfolien, also Sichtbarkeit außerhalb des eigenen Marktplatzes mit kurzen Hinweisen zu Produkt, Event und Angebot, Call to Action, kommt zu unserem Geschäft, nehmen Kontakt auf, kauf unser Produkt, Unternehmen geht zum Interessenten und unterrichtet, steht hier das falsch, bitte Team noch korrigieren, unterbricht seinen Fokus. Aushänge bei REWE, schwarzes Brett an der Uni, Anzeige in Schülermagazinen, in Illustrierten, TV-Werbung, Facebook, Google-Anzeigen, YouTube und Instagram wären so klassische Beispiele für alle, die da jetzt sagen, jetzt ist mit die beste Zeit, Aufmerksamkeit zu gewinnen und neue Kontakte, neue Interessenten einzusammeln. Prinzip Schaufenster ist auch klar, interessant, kommt bei uns vorbei, steht draußen vor der Tür, er hat zufällig oder absichtlich Schritte in unsere Richtung gemacht, aber er kann immer noch weggehen, ohne dass wir mit ihm Kontakt aufnehmen könnten. Wir können großen Teil unserer Produkte und Angebote zeigen und je mehr Fläche wir haben, umso größer ist die Vermutung für unsere Kunden, dass sie es auch mit einem Big Player zu tun haben. Der Knackpunkt ist, wenn der Interessent unsere Verkaufsräume nicht betritt, bleibt der anonym, metaphorisch gesprochen und wir können ihn nicht ansprechen. So, Schaufenster, Vitrinen, Kataloge, Homepage, Landingpage sind die Klassiker. Prinzip Käsewürfel, ich offeriere ein interessantes und wertvolles Präsent, zum Beispiel ein 8-Wochen-Gratis-Coaching jetzt hier, indem ich auf mein Schaufenster aufmerksam mache und das Menschen motiviert, meine Verkaufsräume zu betreten, dass ich mit ihnen ins Gespräch komme. Beispiele sind Käsewürfel, Fleischwurstscheiben, Weinverkaufen, Checklisten, Grating-Coaching-Videos, Whitepaper, interessante Ausarbeitung, die ein brennendes Kundenproblem und die Lösung praxisnah beleuchten, ein Gratis-Coaching-Webinar, Gratis-Strategie-Sessions, da wisst ihr in eurer Branche sicher am besten, was man da tun kann. So, Prinzip Stethoskop, wo haben sie Beschwerden? Okay, dann höre ich mal ihre Lunge ab, ihre Branchen sind etwas verschleimt. Also wir wissen, und darüber solltet ihr bitte alle einmal nachdenken, in der Medizin ist uns allen klar, Therapie kann niemals besser sein als vorher die Diagnose. Und bei ganz vielen Kunden, auch wenn die mal in unserer Liste sind oder wenn die in unserem Fitnessstudio sind, wir haben vielleicht am Anfang mit denen gesprochen, ja, ich will ein paar Kilo abnehmen, ja, ich will ein paar Kilo Muskeln aufbauen, aber so richtig genau wie gesundheitsbewusst sind die, sind die bereit für Supplements Geld auszugeben, ist denen Bionahrung, Ernährung wichtig und so weiter und so fort. Bei ganz vielen haben viele von uns die Hausaufgaben nicht gemacht, sehr exakt zu wissen, was der Kunde wirklich will. Wenn ihr euch ein Beispiel nehmt an Amazon, eines der Erfolgsgeheimnisse von Amazon ist sicher, dass sie fast noch mehr über den Kunden wissen, als der über sich selbst weiß, weil der Kunde hat oft ein paar Sachen vergessen. Der Computer von Amazon weiß noch genau, was du vor 10 Jahren bestellt hast. So, das Nummer 1 Bedürfnis von vielen Menschen der Kommunikation mit anderen ist verstanden werden. Und damit komme ich jetzt zum Prinzip Diamant für 1 Euro. Und das ist mir wirklich ein Herzensanliegen, euch in einem Punkt aufzurütteln, der mich wirklich krank macht. Und dieses Krankmachen ist, sind Unternehmer, die eine Commodity haben. Sind Unternehmer, die sagen, ich schneide dir die Haare, ich renke dir den Rücken ein. Bei mir kriegst du eine Autowäsche, bei mir kriegst du, keine Ahnung, Bäckerei, Brötchen und alles Mögliche. Viele Unternehmer sind noch nie hinausgekommen darüber, dass sie dem Kunden irgendwelche individuellen Pakete machen, die der Kunde cool findet. Sondern die machen so Sachen, ich verkaufe eine Commodity, ich beteile mich am Wettrennen und gebe nach im Preis. Freunde, wenn ihr das Ding zu Ende denkt, diese Geiz-is-Geil-Strategie, red mal mit Inhabern, Co-Inhabern vom Mediamarkt, wie cool die es finden, dass sie sich in die Ecke haben stellen lassen. Das heißt, bei uns gibt es immer die geilsten Preise, das heißt im Klartext, bei uns gibt es auch die geringsten Margen. Ich kannibalisiere meine Budgets, ich habe keine Budgets für Forschung. Ich habe auch in Krisenzeiten keine Budgets, um großzügig mit meinen Kunden zu sein, um für meine Fans extra was zu investieren. Ich habe keine Budgets für guten Service, ich habe keine Budgets für gute Mitarbeiter, ich kann mir keine qualifizierten Coaches leisten. Ich habe keine Freiräume für mich, jetzt wie jetzt in so einer Zeit, mich mal vier Wochen hinzusetzen und nur am Marketing zu arbeiten, wenn ich so unterwegs bin und ich baue keine Rücklagen, keine Arbeitsplatzsicherung auf. Mit anderen Worten, ich mache konsequent alles, um mein Unternehmen tot zu sparen und in die Insolvenz zu führen. Ich rationalisiere diese Loser-Strategie als Unternehmer auch noch damit, dass ich redlich bin und meinen Kunden nicht zu viel Geld abnehmen will. Und auch wenn es heute Abend ein bisschen schnell geht, was die Ersteinführung ist, wir gehen in unserem Coaching sehr intensiv darauf ein, für mich ist jeder, der nicht darüber nachdenkt, wie er seine Commodity im Kundeninteresse weiterentwickelt zu einem Gesamtangebot, das für den Kunden wertvoller ist, für seine spezielle Nische wertvoller ist, als was viele Mitbewerber einzeln anbieten, der macht einfach seine unternehmerischen Hausaufgaben nicht. Jetzt kommt die Profi-Strategie der Wertsteigerer. Ich frage mich, welche wertvollen Zusatzprodukte und Dienstleistungen mein Kunde benötigt, um mein Produkt optimal nutzen zu können. Und ich mache euch gleich ganz einfache Beispiele von einer Schwimmbadkarte über Autowartungsverträge, was auch immer. Ich biete ihm eine umfassende professionelle Komplettlösung an und ich liefere einen Wert, der das Investment des Kunden um ein Vielfaches übersteigt, zeige meinem Kunden diese Wertvorstellung, diesen Wertvorsprung im Vergleich zu allen Angeboten von Mitbewerbern auch auf. Mein Ziel ist es, dem Kunden ein Notbrenner-Angebot zu machen, ein Angebot, bei dem jeder, der das Problem, das erforderliche Lösungsbudget hat, ohne nachzudenken Ja sagt, weil der überzeugende Wert offensichtlich ist. Ich mache aus meiner Sicht einen der Hauptpunkte und wir gehen dann durch, wie helfen dir diese fünf Schritte jetzt in Corona-Zeiten darüber nachzudenken, was du tun kannst. Eine Schlüsselqualifikation exzellenter Unternehmer besteht darin, austauschbare Produkte zu unwiderstehlichen Gesamtlösungen weiterzuentwickeln. Und ich mache euch nur mal ein paar Top-Einstiegsangebote sind für ehrbare Kaufleute der wichtigste Erfolgsschlüssel für langfristiges Unternehmenswachstum und dazu könnt ihr in den nächsten vier und acht Wochen. Wir kommen immer wieder auf diese Themen zurück, aber es ist heute ein Überblick. Rom ist nicht an einem Tag erbaut, aber wenn ihr euch dazu mit dem Thema für euch beschäftigen, für eure Branche, dann sagt Alexander, das ist jetzt so leicht gesagt, hey, ich bin nächsten Montag hier, ich bin übernächsten Montag hier und ich bin die nächsten acht Wochen jeden Montag hier und du kannst mich beim Wort nehmen. Du kannst mir deinen Vorschlag für ein unwiderstehliches Angebot vorschlagen, du kannst hier die Community befragen und dann kriegst du von uns allen Feedback, ist das schon ein unwiderstehliches Angebot oder ist es das nicht. Ich möchte euch aber zeigen aus meiner Sicht, wie bescheuert, wie komplett unkreativ die meisten Unternehmer in Deutschland unterwegs sind. Stellt euch vor, ich mache nur ein einfaches Beispiel, du hättest ein Schwimmbad, könntest du hingehen und jeder Familie sagen, wer ein erstes Mal in dieses Schwimmbad kommt, kriegt für den Erstbesuch mit 50% Rabatt für die ganze Familie. Ihr müsst nur uns eure E-Mail-Adresse geben, dass wir hinterlegen können, dass ihr ein erstes Mal da wart. Würden viele Menschen, die noch nie in dem Schwimmbad waren, neugierig sein, du könntest auch zwei Drittel Rabatt geben oder ein Drittel Rabatt, aber ist nicht egal, wenn die Schwimmbäder wieder geöffnet haben, ob 500 Leute da sind oder 560 Leute, weil du 60 neue mit einem irren Angebot ein erstes Mal reingebracht hast. Und könntest du nicht hingehen und sagen, wenn du heute uns deine E-Mail-Adresse gibst und es hat dir gefallen, dann kannst du die nächste 10er-Karte, die erste 10er-Karte kannst du ebenfalls für 50% Rabatt kaufen. Könnte das im Vergleich zu anderen Schwimmbädern helfen, dass Leute, die überlegen, mit welchem Schwimmbad probiere ich denn jetzt mal aus, ich da möglicherweise ins Gespräch komme? Also unwiderstehliche Erstangebote. Warum kaufe ich mein Auto bei einem bestimmten VW-Händler? Wisst ihr, Freunde, wenn ich das sehe, sorry, ich kriege es nicht geregelt. Ich habe ein anderes Beispiel gemacht, Porsche. Ja, kommt jemand hin und sagt, Porsche Turbo, wie viel Prozent Rabatt kriege ich, 7% oder 8%. Was wäre mit dem Porsche-Händler, der sagen würde, du willst ein Turbo haben? Meinst du, es wäre cool, wenn du auch ein Turbo gut fahren könntest? Und er würde sagen, ich habe einen Deal gemacht, wir haben hier eine Zuteilung von Porsche, ich kann hier bei Porsche in Kassel 10 oder 12 Turbos jedes Jahr rausgeben. Ich bin selber 20 Jahre, wenn das der Porsche in Kassel sagen kann, authentische Geschichte, ich bin selber 20 Jahre mit Walter Röhr mal als Beifahrer da und da Oldtimer-Rallys gefahren. Der Walter ist jetzt in Rente, aber ich kriege 6 Tage mit ihm, 3x2 Tage Sportfahrerkurs, exklusiv für diejenigen, die bei mir im Paket den Porsche kaufen, mit 3 Sportfahrertrainings mit Walter Röhr. Könnte cleverer VW-Händler sagen, ja Alex, das funktioniert für Porsche, das funktioniert, wenn du Walter Röhr kennst. Nee, das funktioniert, wenn du kreativ dir überlegst, was wollen deine Kunden eigentlich? Wollen wir wetten, wenn du hingehst und sagst, als VW-Händler, du kriegst bei mir ein Passat, du kriegst im Paket direkt die nächsten 6 Inspektionen, bis das Auto 100.000 gelaufen hat, und wenn du die alle bei unserer Vertragswerkstatt machst, dann kaufen wir ein Jahr Verlängerung der Garantie bei Volkswagen für dich ein, das geht auf Kosten des Hauses. Oder könnten die irgendwo sagen, und wenn du deine beiden Inspektionen machst und das Auto irgendwie mit Gummidichtung und dies und das und Frostschutz im Kühler für den Winter winterdicht gemacht werden muss, dieses Winterdurchsicht in 30 Minuten, dass du dich nicht darum zu kümmern brauchst, das ist für alle Stammkunden des Hauses gratis. Also mir geht es nur darum, mal anzufangen, was wären Gesamtpakete, wo der Kunde sagt, mega geil, und die meisten nur hingehen und sagen, ja, du kannst mal ein paar Karten bei mir kaufen oder woanders. Ja, was ist der Unterschied? Nee, ist kein Unterschied. Ja, VW Passat habe ich hier auch wieder das Beispiel vorne weggenommen. Also ich will euch nur sagen, denkt mal drüber nach. Kannst du ein Fitnessstudio haben? Kannst du dir eine aufwendige, fettfreie Masse, Körperwaage, Inbody-Analyse, Waage kaufen, wo Menschen beispielsweise, ich weiß es deswegen, weil ich es in der Schweiz tue, wo Menschen alle zwei Monate hingehen, sich von einem Arzt genau diagnostizieren, untersuchen lassen und dafür 240 Schweizer Franken bezahlen? Könntest du für deine 1500 Mitglieder dir so ein Gerät hinstellen und sagen, alle drei Monate kriegst du das wissenschaftliche Protokoll von uns und es ist gratis? Könnte das ein extra Paket sein? Und hast du jetzt vier Wochen Zeit während Corona darüber nachzudenken, wie du das Ganze machen könntest? So, Freunde, und das ist jetzt wieder hier komplett live und völlig unsexy. So ist das bei live. Das werde ich mir dann auch noch vom Team sagen lassen, wie man das alles viel cooler macht. Zeigt natürlich, was wir schon alles erarbeitet haben. Aber das ist das, was ich euch zeigen wollte. Und wenn wir da gleich noch ein bisschen in die Diskussion gehen, einen großen Punkt habe ich noch für euch und dann haben wir noch eine Diskussionsrunde. Weil ich habe geschworen, mein Team hat mir aufgezogen und hat gesagt, du bist wie Thomas Gottschalk, du wirst garantiert überziehen. Und ich habe gesagt, nein, ich bin nicht wie Thomas Gottschalk, auch wenn es mein eigener Fernsehsender ist, ich werde nicht überziehen. Aber geht jetzt mal durch, wenn ihr die fünf... Und das ist das übrigens, was ich gemacht habe. Und dazu bin ich im Moment dabei. Die Dinger werden auch geschnitten. Ich habe dazu Videos aufgenommen. Das können die irgendwann, ich verspreche nichts. Ich hoffe, ich kriege es diese Woche fertig. Seit letzten Montag der Shutdown kam. In Deutschland dürfen nur noch zwei Leute zusammen in der Öffentlichkeit gesehen werden und im Prinzip außer Supermärkten und Tankstellen, alles ist zu. Habe ich gesagt, das ist Härte 10 für jede Art von Marketing. Wir werden empirisch niemals besser testen können, was im Marketing wirklich funktioniert und was nicht funktioniert. und habe einfach gesagt, wir gehen mit gutem Beispiel voran. Wir gucken uns jeden Tag an, was wir im Marketing machen. Ich drehe jeden Tag in 10 Minuten YouTube-Mini-Video dazu. Wir stellen das raus und wann immer die Ergebnisse da sind, sagen wir offen, hat funktioniert, hat nicht funktioniert. Da können unsere Kunden sich daran orientieren und weitermachen. Weil das Ergebnis, was du nachher hast, ist, egal wie lange die Krise dauert, wir haben nachher die 20% Pareto-Marketing-Werkzeuge, die garantiert in den nächsten 40 Jahren noch funktionieren. Nicht von der Technik, es wird irgendwann mal einen anderen Kanal geben als Facebook, aber die Prinzipien, mit denen du, bezogen auf die Probleme deiner Kunden, ihnen Lösungen anbietest, die authentisch sind, die glaubwürdig sind, die du ihnen mit Vertrauen rüberbringst, sodass sie dir auch vertrauen und bei dir kaufen wollen, die Dinger, bin ich fest überzeugt, kannst du nirgendwo besser testen als in der heutigen Situation. Und jetzt gehen wir mal ein paar Sachen durch. Ich sage euch, was ich gedacht habe. Ihr habt euch ja schon gesagt, ihr habt gesehen, wir haben nur eine Litfaßsäule draußen. Wir machen nur eine Facebook-Anzeige und laden ein zum dreitägigen Webinar. Das ist heute, die Entscheidung haben wir letzten Montag getroffen, dass es heute dieses Coaching gibt für diese acht Wochen, um mehr unserer Interessenten Storytelling nahezubringen, die Marketingphilosophie dahinter nahezubringen, sodass sie entscheiden können, ist das für mich cool, will ich weitermachen. Das ist, wenn ihr so wollt, eine weitere Litfaßsäule von mir. Dass wir einzelne Coaching-Elemente daraus dann auch noch auf YouTube vorstellen, ist eine weitere Litfaßsäule von mir. Machen wir weitere Käsewürfel und erarbeiten wir im Moment auch neue Angebote? Antwort heißt, ja, ich werde hingehen, ich habe, habe ich euch ja erzählt, ich habe, glaube ich, jetzt 26 oder 27 Webinare gemacht, diese Live-Webinare, Storytelling in Business, mit diesem Gesamtumsatz von rund 2,3 Mio. Wenn ihr Facebook-Kosten und was wir alles an Affiliate-Provisionen rausgegeben haben abzieht, dann war das pro Veranstaltung ein Durchschnittsumsatz von mehr als 40.000 Euro. Damit wäre ich in der Liste, wenn man das mit Rednern vergleicht, im Durchschnitt der letzten 25 Auftritte nach Gerhard Schröder, der zweitbestbezahlte Redner in Deutschland, hätte ich mir vor anderthalb Jahren nie träumen lassen. Warum sage ich das? Weil ich zwei Jahre gebraucht habe, die Psychologie von Webinaren so hintereinander zu bringen, dass Menschen in anderthalb Stunden eine Entscheidung treffen können, ist das Angebot, was ich ihnen mache, für sie gut geeignet oder ist nicht gut geeignet. Und ich habe ganz viele Zuschriften bekommen in der letzten Woche. Das hatten wir überhaupt nicht auf dem Programm. Ich habe ganz viele Zuschriften bekommen in der letzten Woche. Hey Alex, ich will Webinare machen. Ich will da Storys einbauen. Kannst du irgendwie mit Storytelling bei unseren Webinaren helfen? Und deswegen arbeite ich jetzt mein Team im Hintergrund daran zu sagen, ja, ich kann euch mein bestes Skript geben. Ich habe schon Seminar-Coachings im internen Kreis für unsere besten Kunden, für unsere Einzelcoaching-Kunden, unsere Mentoring-Kunden gemacht. Habe Satz für Satz erklärt, warum ich mache, was ich mache. Und irgendwann in den nächsten Wochen wird das auf den Markt kommen. Aber jetzt nur als Beispiel zu sagen, ich bekomme hier am Markt Feedback. Ich mache Stethoskop. Ich höre, was Menschen haben wollen. Und ziehe dann auch mal, das Produkt wäre bei uns sonst nächstes Frühjahr oder irgendwann in einem Jahr erschienen. Ich habe gesagt, nein, Menschen, die auf online switchen wollen oder je nach wirtschaftlicher Notwendigkeit zwischen müssen, die müssen das Ganze jetzt tun. So. Und also nur um zu zeigen, was wir dort machen. Und dann wird es weitere Angebot-Pakete geben. Mein nächstes Produkt, was wir eh schon immer da hatten. Aber, das sage ich euch jetzt vorneweg, das werden wir erst testen. Ich kann es euch noch nicht sagen. Wir haben ein Landingpage-Produkt fertiggestellt, durch den Entscheidungsprozess von den Webinaren, der extrem gut funktioniert. Ich denke, da sind wir von Umsetzungsergebnissen sicher unter den ersten fünf in Deutschland. Aus meiner Sicht noch weiter vorn. Und ich habe den gebracht in den Ablauf einer Landingpage, was im Webinar, wenn du so willst, von links nach rechts geht. Das geht auf einer Landingpage von jeweils von oben nach unten. Und wir haben das mit 25 Beta-Kunden umgesetzt. Einigen der erfolgreichsten in Deutschland. Alexander Müller von Gedanken tanken. Pascal Pfei von mehr Geschäft. Und alle, die es umgesetzt haben, haben dramatische Ergebnissteigerungen in der Conversion Rate. Faktor 3, Faktor 4, Faktor 5 ist definitiv ein Produkt, was jeder braucht, der nach Corona expandieren will. Ob die Menschen schon während Corona einen Sinn dafür haben, weiß ich nicht. Aber ich lasse euch in den nächsten Wochen und Monaten über die Schultern schauen, wie wir testen, ob sie dafür einen Sinn haben. Und wenn sie dafür noch keinen Sinn haben, sammeln wir Interessenten ein. Geben kostenlose Checklisten heraus, wie man seine Webseiten verbessern kann. Sodass dann, wenn das Interesse dann zurückkommt, wir eben mehr Lipfass sollen, wenn ihr so wollt, haben. Mehr Käsewürfel verteilt haben und mehr Anschriften von Menschen haben, um das Ganze entsprechend umzusetzen. So, das war mein erster Part zu sagen, Marketing, diese fünf Dinger, Lipfasssäule zu Schaufenster, Schaufenster zu Käsewürfel, Käsewürfel zu Stethoskop. Und dann, wie mache ich daraus nach der Diagnose dem Kunden ein unwiderstehliches Angebot, das sein Problem so umfassend und so komplett und so individuell löst, dass diese Lösung für ihn höchst attraktiv ist. Mein Part war, in der letzten Woche zu sagen, wir nehmen unseren Marketingplan für 2020. Wir schauen uns diese fünf Punkte an und wir haben jetzt sechs Wochen Zeit, weitgehend, außer den Coaching-Webinaren, die ich habe, weitgehend an diesen Themen zu arbeiten und ganz viele Leads, ganz viele neue Interessenten einzusammeln, um unsere Strategie wie Phönix aus der Asche jeweils vorzubereiten. So, dann komme ich jetzt zu meinem nächsten Part. Ich habe noch ein weiteres Modul für euch vorbereitet, das ist was kürzer, will euch aber einleiten und dann gehen wir zu meiner Map und dann gerne auch mit weiteren Fragen und euren Kommentaren dazu. Es gibt nämlich noch ein Thema zur Litfaßseile und das möchte ich ansprechen. Jetzt muss ich hier wieder alles ganz ungelenk für euch vorausschalten. Ich weiß gar nicht, ob meine Technik mich da retten kann und das ausblendet, bis ich da bin, wo ich hin will. Aber hey, dafür ist live live. So, Strategie der 250 Lagerfeuer. Ich will eins vorneweg sagen und ich hatte das schon gesagt, wir nutzen auch Facebook-Traffic und wir nutzen auch Google AdWords-Traffic, aber wenn ihr glaubt, das seien die besten Traffic-Strategien, das seien langlebige Traffic-Strategien und das sei etwas, wie man als Unternehmer mit guten Traffic-Strategien richtig erfolgreich wird, dann heißt meine Antwort, ihr werdet mit diesen Aller-Welt-Traffic-Strategien, das ist meine feste Überzeugung, noch nicht mal 20% von dem erreichen, was man erreichen kann, wenn man es, und darauf liegt meine Betonung, strategisch richtig macht. So, und dazu will ich euch, hatte ich die Versprechen, hatte ich schon gegeben und ich fasse das Ganze nochmal zusammen, weil wir wollen auch dazu alle ein eigenes Video machen, deswegen mache ich hier nochmal kurz eine Einleitung und sage, Hallo, herzlich willkommen, du interessierst dich für das Thema effektiver Traffic und du interessierst dich, wenn es sowas gibt, für Traffic-Strategien, wo du idealerweise lebenslang, solange du als Unternehmer tätig bist, Traffic bekommst, wo du null Budgets investierst, deswegen ist es auch für Start-ups geeignet, deswegen ist es auch für uns alle, für euch und für mich in Krisensituationen geeignet, weil es von unseren bescheidenen Budgets nicht noch mehr wegfrisst. Das Coole ist, kein Google, der den Algorithmus ändert und kein Facebook, das deinen Account sperrt, kann dir diesen Traffic, den du dort bekommst und aufbaust, kaputt machen. Und noch viel cooler ist, keiner deiner Wettbewerber kann dich zu diesem Thema kopieren. Das sind meine Versprechen, jetzt werde ich sagen, wow Alex, wie soll das gehen? Und ihr kriegt immer die Frage, soll ich jetzt auch noch eine Instagram-Strategie fahren? Und soll ich eine LinkedIn-Strategie fahren? All das, was ihr jetzt als Traffic-Hintergrund hört von mir, könnt ihr mit all diesen verschiedenen Vertriebskanälen kombinieren. Aber die Strategie dahinter ist völlig unabhängig vom jeweiligen Weg. Und wenn Facebook irgendwann nicht funktioniert und wenn Instagram nicht funktioniert, dann funktioniert das, was ich euch in diesem nächsten Modul vorstelle, auf jeden Fall noch. Und ich will als Einleitung euch kurz darüber berichten. Ich war ja 30 Jahre in meinem ersten Leben bis 2015, viele von euch wissen das, Vertriebscoach. Ich habe Vorstände in Deutschland coachen dürfen, den Timotheus Höttges von der Telekom im Einzelcoaching gehabt. Habe den Jürgen Rüttgers, als er noch Oppositionsführer war, im Coaching gehabt. Und ich habe, weil ich viele Vertriebsvorstände gecoacht habe, dann auch die Allianz 100, den Top-Verkäufer der Allianz, die Top-Verkäufer der Signal Iduna und viele große Verkaufsorganisationen in Deutschland gecoacht. Und damals war eine Strategie, die die besten Verkäufer immer schon eingesetzt haben, das hieß Huckepack-Networking. Wer kennt die, die ich kennenlernen möchte? Und wenn ihr so, viele von euch können sich an die Zeit gar nicht mehr zurückdenken. Ich habe schon in den 80er Jahren mit meinen Coachings gestartet, Ende der 80er Jahre. Das waren damals Leute, die sind durch die Fußgängerzone ihres Ortes gegangen, als Finanzdienstleister. Und haben sich jedes einzelne Geschäft angeschaut und haben gesagt, oh, da vorne ist ein Juwelier. Kaufen bei den Menschen ein, die so vermögend sind, dass sie auch meine Kunden werden könnten. Was wäre, macht der, ich rede mal mit dem Huckepack-Networking, wer kennt die, die ich kennenlernen sollte? Ich rede mal mit dem Juwelier. Macht der jedes Jahr einen Tag der offenen Tür? Hat der vielleicht mal Lust, dass ich eine Strategie vorstelle, wie vermögende Menschen da und da 5.000 oder 10.000 Euro jedes Jahr von ihrer Steuer wiederbekommen und sich damit im Schmuckbereich alle Träume erfüllen können, die sich erfüllen wollen? Oder jemand hat gedacht, okay, ich mache Anlagestrategien. Hier ist das Mercedes-Autohaus. Die haben jedes Jahr eine neue Präsentation der S-Klasse, aber die Kunden kennen die S-Klasse schon alle. Was ist ein Mehrwert, den ich denen bieten könnte? Das waren Huckepack-Strategien im Kleinen. Und die haben damals, und ihr seht, was der Unterschied ist, die kannst du nicht einfach kopieren, sondern, und ich kenne sogar Finanzdienstleister, die richtig groß mit 50 und mehr Zahnärzten kooperieren, weil sie ein Huckepack-Netzwerk aufgebaut haben mit drei oder vier Dentallabors. Und wenn ein Dentallabor einen Tag der offenen Tür macht, dann ist dieser Profi gekommen und hat gesagt, wie die Zahnärzte auch nach dem dritten Kostendämpfungsgesetz, mit den und den und den exakten Strategien in der und der Zeit das und das Zusatzvermögen aufbauen können. Und dann zum Schluss des Vortrags gesagt, wer sich dafür interessiert, ich kann es nicht jedem versprechen, weil ich müsste Ihre BWA sehen, was bei Ihnen an Musik drin ist, aber wenn Sie wollen, machen wir eine Stunde Strategieanalyse und dann sage ich Ihnen nachher, was für ein Potenzial die haben und die Stunde geht auf Kosten des Hauses, ist in meinem Marketingbudget, kann ich Ihnen damit eine Freude machen. Ich habe jemanden konkret gecoacht und betreut, der hat mit vier solcher Dentallabors über 50 Zahnärzte als Kunden gewonnen, zu einer Zeit, wo alle gesagt haben, nee, Finanzdienstleister kommen bei Zahnärzten nicht mehr rein. Und dann habe ich von einem Amerikaner gehört, Chad Holmes. Chad Holmes ist so ein, ich würde sagen, Business-Coach heute und der hat mal gearbeitet für Warren Buffett. Und zwar hat Warren Buffett, gibt er mehrere Fachzeitschriften heraus, unter anderem eine für Anwälte und das Anzeigenvolumen in dieser Fachzeitschrift von Warren Buffett war auf Platz 16 von 16 Anwaltsmagazinen in den USA, als Chad Holmes die Anzeigenleitung übernommen hat. Und dann hat er in irgendeinem seiner Vorträge, wo ich ihn mal gehört habe, gesagt, ja, und dann habe ich mir eine Liste gemacht, wer schaltet alles Anzeigen in diesen Anwaltsmagazinen und habe gesehen, es waren rund 2.100. Und dann habe ich aber einen Studenten gebeten, mal auszurechnen, wie viel Fläche, also wer kauft denn die großen Anzeigen und wie viel. Und dann hat er festgestellt, 167 von diesen 2.100 Anzeigenschaltern kauften fast 90% des Volumens. Und dann ist er hingegangen und hat gesagt, okay, ich schicke denen einmal im Monat ein persönliches Anschreiben, diesen 167 Leuten, und alle 14 Tage danach rufe ich sie an. Und in den ersten 5 Monaten hat er, glaube ich, gar keinen Erfolg gehabt. Und dann war der erste Kunde da, Rang Cerox hat bei ihm gekauft. Nach einem Jahr, wenn ich es richtig erinnere, aber licht mir auf die Zahlen bitte nicht fest, hat er, glaube ich, 28 von den 167 Größten. Und ich glaube, nach spätestens 2 Jahren war er vom Anzeigenvolumen her die absolute Nummer 1. Und das war so ein Punkt, ihr kennt vielleicht meine Philosophie. Ich sage, Business-Erfolg ist gleich, wer die besten Geschichten erzählt, an den größten Lagerfeuern seiner Nische. Hat Business-Erfolg. Und dann habe ich gesagt, was wäre, wenn wir für unser Haus, und das ist auch das, was wir in unserem Mentoring-Coaching, in unseren Einzelcoachings an unsere Kunden weitergeben, wenn wir ein Strategiekonzept entwickeln, ich nenne das die 250 Lagerfeuerbesitzer. Was wäre, und ich stelle das zunächst mal offline vor, damit ihr seht, was ich meine. Du kannst offline hingehen, nehmen wir an, du hättest einen Shop für Fruchtsäfte und Vitamindrinks. So, jetzt machst du deinen Shop auf, jetzt gehst du zu irgendeiner Werbeagentur und sagst, schaltet mir im ganzen Stadtgebiet auf den Litfaßsäulen, hey, neue Fruchtsaftbar, viele Vitamine, gesund, frisch und so weiter, schlank abnehmen, klebt mir solche Plakate über das ganze Stadtgebiet. Das ist etwas, was eine Werbeagentur für dich tun kann und für dich tun wird. Das ist das, du gehst zu Facebook und sagst, finde mir die Leute, die da und da, die und die Interessen haben. Alles nicht schlecht. Aber du könntest auch hingehen und sagen, wo treiben sich denn in meiner Stadt konkret diese gesundheitsbewussten Menschen rum? In welchem Reformhaus kaufen die ein? Zu welchem Heilpraktiker gehen die? Welche Meditationskurse machen die vielleicht? Welche Yogakurse machen die vielleicht? Welche Kurse besuchen die in der Volkshochschule? In welches Fitnessstudio gehen die? In welche Rückenschule gehen die? Und merkst du, du könntest jetzt hingehen und zu diesen Menschen, die schon die Zielgruppe der Gesundheits- und vielleicht fitnessbewussten in deiner Stadt haben? Du könntest hingehen und mit denen reden. Du könntest zum Beispiel sagen, kann ich dir mal eine Reihe Gutscheine geben, wenn Leute bei dir was einkaufen? Hab mal eine gewisse Summe, dass die einen dringend bei mir freikriegen. Oder so etwas. Das wäre eine Offline-Strategie und du siehst, das kann deine Werbeagentur nicht für dich kostendeckend tun. Und die wissen auch nicht so gut wie du, wo diese anderen Teilzielgruppen sein könnten. Und einer der Punkte, den ich euch empfehle, ich habe ja die Fragen bekommen, wir gehen sie ja gleich noch weiter durch, wie kann ich massiv Online-Präsenz aufbauen? Wenn du das eben online machen willst, dann kannst du dich ja mal fragen, egal was für ein Interessengebiet du hast, nimm also an, deine Leute interessieren sich, keine Ahnung, für Fitness. Auf welche 10 Fitnessseiten gehen die? Welche Fitness-Blogs lesen die? In welchen Facebook-Gruppen sind die aktiv? Und da gibt es richtig hochintelligente, ich kann es heute Abend alles nur anreißen, aber ich will euch mal zeigen, wie hochintelligente Konzepte es gibt. Also nehmen wir an, du hättest etwas im Fitnessbereich. Da könntest du ja mal anschauen, was sind denn die 10 größten Facebook-Gruppen zum Thema Fitness. Und du könntest dich bei all diesen Facebook-Gruppen anmelden. Und dann wüsstest du jeden Tag, was deine Zielgruppe den 10 größten Fitness-Gurus in deiner Nische an Fragen stellt, was deren Probleme sind und du weißt, was deine Mitbewerber oder teilweise Mitbewerber zu diesem Thema antworten. Du hättest ein reines Facebook-Account mit intensivster Market-Research. Und wenn du mich fragst, ja Alex, was sind denn die Themen, die die Menschen interessieren? Ja, die werden in genau solchen Blogs und die werden in genau solchen Facebook-Communities, da werden die Themen, die Menschen unter Nägeln brennen, in deiner Nische, die werden da diskutiert. Und du kannst aus meiner Sicht den besten Werbetexter Deutschlands engagieren und meinetwegen den besten Werbetexter der Welt. Der kann nicht besser schreiben, als er sich in den Köpfen deiner Zielgruppe auskennt. Und weil der 50 Zielgruppen betreut, kann der sich nicht in allen Zielgruppen-Köpfen gut auskennen. Der Einzige, der ein Wirtschaftsinteresse daran hat, sich im Kopf deiner Zielgruppe richtig cool und richtig gut auszukennen, bist du. Und deswegen ist für mich die Strategie, wie baust du als Unternehmer persönliche Beziehungen auf? Wie schreibst du Kommentare an den anderen, die den coolen Blog schreiben? Und wie fragst du, gibst du denen Rat? Also wir können über all diese Strategien in den Einzelheiten sprechen. Aber ich wollte dir heute nur mal das Thema geben, das war auch eines für unser Team, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt sechs Wochen Zeit. Wir haben viele Netzwerkpartner, wir machen regelmäßig was mit Jörg Löhr, wir machen was mit Pascal Fey, wir machen was mit Tom Klusmann, wir machen was mit Norman Rentropferl. Wir haben Menge, Menge cooler Partner, die wir übrigens seit Jahren pflegen. Und deswegen, klar kann dann mal der eine oder andere, weil er wirtschaftlich andere Prioritäten hat, vielleicht eine Zusammenarbeit mal oder eigene große Kampagnen hat, steht mal für eine unserer Kampagnen nicht zur Verfügung. Aber das ist etwas, was über Jahre gewachsen ist, dass ich ein Netzwerk aufgebaut habe von Lagerfeuerbesitzern, Lagerbesitzern meist in anderen Branchen, die genau die gleiche Zielgruppe haben wie ich, nämlich mittelständische Unternehmer mit hochwertigen Produkten, die sich dafür interessieren, wie sie mit besserem Marketing ihre Interessenten besser überzeugen können. Und das wollte ich euch als Strategie noch mitgeben. Ihr habt hier noch ein paar strategische Fragen. Und wie gesagt, wenn ihr wollt, wenn euch das hilft, diese Zielgruppe, ihr könnt nachher diese Präsentation runterladen. Welche Webseiten lesen meine Kunden? Das weiß deine Agentur nicht. Welche Foren lesen sie? Welchen Facebook-Gruppen sind sie zugehörig? Welche Blogs lesen sie? Welche YouTube-Kanäle haben sie abonniert? Welche Keywords suchen sie auf Google? Und dann ist dein Job. Und meine Erfahrung ist, etwa 30% der Menschen, die du ansprichst, das ist ein Wert, mit dem wir kalkulieren, etwa 30% der Menschen, die du ansprichst, sagen ja und daraus ergibt sich eine Kooperation, die dann auch oft längerfristig gut funktioniert. Du musst also etwa 100 Partner ansprechen, bis du 30 hast, die mit dir kooperieren. Aus meiner Sicht kannst du mit den 30 so viel kostenlosen Traffic bekommen und runterbrennen, dass das ganze Ding schon sehr, sehr gut vom Start her funktioniert. So, das war mein nächster Part und jetzt freue ich mich besonders. Ich klicke hier raus und gehe mal auf meine Notizen zu denen, ich hoffe, ich finde die schnell genug. Ach, da finde ich sie noch nicht. Oh, schau mal schnell. So, das ist das Coole bei Live. Okay. So, jawohl. Also, wenn ihr die Kommentare lest, um auch direkt mal mit einem Positivbeispiel zu starten, Boris Thomas hatte mir geschrieben, im Moment, glaube ich, braucht man nicht, und das gilt für einige von euch, einige haben gesagt, hey, ich beschäftige mich, ich bin Heilpraktiker, Menschen haben im Moment eine Riesenangst, sich mit Corona, sich mit Grippeviren zu infizieren. Also alles, was da als Prophylaxe-Programm ist, worüber kein Arzt im Moment was sagt, außer desinfizierte die Hände, aber keiner sagt was zum Aufbau des Immunsystems, das alles wäre ein Aufhänger. Wenn du wie Boris eine Matratzenfabrik hast und sagst, Mensch, wir können genauso gut aus irgendwelchem Material, gut geeignetem Material Mundschutz nähen, der in Deutschland absolute Mangelware ist, guck dir die Statistiken, hat er bei uns reingeschrieben, also schon ein Positivbeispiel, wo jemand sagt, ich kann, Menschen haben hier ein großes Problem, wir haben die technischen Möglichkeiten, darauf einzugehen, wir sammeln Kredit, wir kriegen Aufmerksamkeit, gehen entsprechend darauf ein. So, ich gebe mal ein paar Beispiele ein, die haben mich auch wesentlich motiviert, diese beiden Inhalte für heute Abend zu wählen. Die Maike Kieners hat gesagt, wie gewinne ich schnell und kostengünstig einen Online-Kundenstamm? Maike, die Antwort ist, indem du exakt das umsetzt, worüber wir gesprochen haben. Wir werden gleich viele weitere sehen, aber das war das Programm, wo du mich als erstes getriggert hast, zu sagen, hey, wenn das Fragen sind, die noch mehrfach kommen, dann müssen wir heute Abend über das sprechen, worüber wir hier gesprochen haben. So, wie verändere ich unser Angebot, dass es auch online funktioniert? Du hast, glaube ich, wenn ich das richtig zuordne, Sie sehen, dass ich mich da nicht vertue, dann hattest du dieses Thema, irgendetwas im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Ich glaube, deine Produkte, und das will ich generell allen sagen, die Coaching-Inhalte haben, auch bei mir ist es so, es gibt ein paar Ausnahmen, aber kaum jemand kauft direkt irgendein längerfristiges Einzelcoaching-Paket für 25.000 oder 50.000 Euro, sondern die Menschen lernen mich irgendwo in einem, wenn ihr sollt, wie bei Kleidergrößen. Die lernen mich in einem Small-Format kennen, die lernen mich bei einem Webinar kennen, die lernen mich bei einem Live-Vortrag kennen, dann leuchtet ihnen das ein, dass das, was wir im Coaching machen, dass das für ihre Branche gut funktioniert, weil sie hochwertige Produkte haben, dann buchen sie vielleicht ein Drei-Tage-Seminar, dann gehen sie je nachdem für ein kleines Budget ein ganzes Jahr, kommen sie zu unserem Coaching und irgendwann sagen sie, jetzt grüne ich eine Tochterfirma und ich wieder ein Jahr warte, bis ich alles beisammen habe, ich kaufe mir einfach den Christian die Drei-Tage ein, der soll die ganze Konkurrenz analysieren, der soll die Marketing-Strategien analysieren und dann bauen wir die Story-Landschaft in ein paar Tagen oder ein paar Wochen fertig und dann kommt eben ein größerer Consulting-Auftrag dabei zustande. Also ich glaube, wenn dein Punkt ist zu sagen, ich habe nachher Live-1-zu-1-Coachings, dass du irgendwelche Einheiten, geführte Meditationen, geführte Live-Meditationen, du kleinere Produkte, vorneweg schalten musst, damit das Ganze online-mäßig funktioniert. So, und dann hast du noch gefragt, Maike, wie vermeide ich Online-Langeweile? Und die Frage hat mir sehr gut gefallen, weil im Moment geht uns das, glaube ich, allen so, du machst irgendeine Zeitung auf, du guckst irgendwo deinen Newsfeed hinein und hier ist Corona und da ist Corona und da ist Corona und da ist Corona und du kannst dem Ganzen kaum entkommen. Der interessante Punkt, Maike, ist, und das geht vielen unserer Unternehmer so, wenn du einen Heißmangel hast und du redest den ganzen Tag darüber, wie man bügelt und wie man Falten vermeidet, die in den Oberhemden nicht reingehören und wie man den Kragen nicht kaputt bügelt und ich bin, ihr merkt das an meinem Beispiel, ich bin definitiv kein Bügler oder eben eine Haushälterin, die es sehr gut macht. Irgendwann hängt dir dein eigenes Thema zum Hals raus. Aber, und jetzt kommt das Interessante, die Menschen, die auf Google eingeben, wie bügele ich Oberhemden richtig, denen kannst du gar nicht genug erzählen zum Thema bügeln, weil die sind Fans von dem Thema, die interessieren sich dafür. Also der Punkt ist, dass wenn du und ich eine Hauptbotschaft wiederholen, dass für Menschen, die sich für das Thema interessieren, das langweilig wird, der stimmt schlichtweg nicht, weil für die Menschen ist es neu, für die Menschen ist es ein erstes Mal, für die Menschen ist es faszinierend und zweiter Tipp, der hat direkt mit Storytelling zu tun, wenn du willst, dass dein Thema nicht langweilig wird, baue in deine Kommunikation mit deinen Kunden nicht dein professorales Wissen ein, dass du am Ende deiner Ausbildung hattest, sondern starte die Kommunikation mit deinen emotionalen Aha-Erlebnissen, die dich auf diesen coolen Weg gebracht haben, den du heute gehst. Das ist aus meiner Sicht einer der Schlüssel. So, dann schreibt mir der Michael C. Müller, Konzept für eigene Firma. Michael, geh die fünf Schritte durch, du warst auch einer der Fragesteller, der mich gesagt hat, okay, wir müssen heute mit einem Element beginnen, was viele im Marketing noch nie gehört haben, wie nämlich die fünf Hauptzahnräder im Marketing, von Litfaßsäule bis unwiderstehliches Angebot miteinander zusammenschrauben. So, dann schreibt, ich hoffe, ich spreche das richtig, ich lese das hier mal so vor, das hieß irgendwie für mich Kaki oder Kasi, also wenn ich dich falsch ausspreche, nicht böse sein. Burnout-Prevention, ähm, Menschen haben mehr Zeit, Menschen, also mein Punkt ist, wie kannst du jetzt, das klang fast auch wenig optimistisch, so nach dem Motto, was kann ich jetzt tun, äh, das Thema Burnout-Prävention, und ich sage dir meine Einschätzung dazu, die Leute haben im Moment, so viele, haben so eine panische Angst vor Corona und was ihnen alles droht, dass wenn sie ein bisschen Burnout-gefährdet waren, sie denken im Moment wenig über das Thema nach. Das kann man testen, ob das so ist. Vielleicht bin ich da auch zu pessimistisch. Äh, aber lass uns einfach mal unterstellen, es wäre so, die Menschen interessieren sich im Moment für deine Lösung weniger. Da kannst du aber trotzdem jetzt hingehen und kannst ganz viele Leads einsammeln. Weil wenn du jetzt hingehst und sagst, belastet dich die aktuelle Situation sehr, warst du vorher schon ein bisschen stresslabil, willst du meine Checkliste haben mit acht Punkten, wie du jetzt von heute auf morgen mehr Stressstabilität hast und besser mit der Situation umgehst. Sieben Techniken, die niederländische Polizeibeamte in der Ausbildung zum Scharfschützen lernen und die ich erstmal als der Allgemeinen zur Verfügung stelle. Immer vorausgesetzt, das ist die Wahrheit, und du hast Quellen, ich weiß, dass solche Polizeibeamte für Extremsituationen zum Beispiel solche extrem effektiven Antistresstechniken lernen, dass sie nicht vor lauter Verwirrung, Panik und Angst irgendwann mal den Falschen erschießen und so weiter. Also insofern kann man auch dort sehr gute Storytelling machen und dein Punkt müsste jetzt sein, gar nicht am Fokus dahin zu gehen und sagen, ich will jetzt Burnout meine Produkte verkaufen, sondern ich will die Zeit, wo Menschen mehr lesen, ich will die Zeit, wo Menschen aufmerksam sind, ich meine, dass uns die aktuelle Situation allen Stress macht und dass Menschen sich dafür interessieren, wie sie ihren Stress besser managen können, was ja eine Brücke ist zu deinem Thema. Also aus meiner Sicht hast du goldene Zeiten, viele Interessenten da einzusammeln. So, der Sebastian sagt, Fremdbehandlungen sind untersagt ohne vorherige persönliche Anamnese. Ja, Sebastian, das ist so, viele, vielen Blumengeschäften ist der Laden ganz zu. Also ich würde auch dahin gehen und mein Klientel, die Leute, die ich habe, würde mir überlegen, was sind Gesundheitsthemen, die die im Moment bewegen und das bewegt die sehr viel. Würde dazu, ob in Checklisten, ob in Online-Coachings, ich würde dazu Lösungen anbieten und in dem Rahmen sagen, übrigens, wenn du jetzt schon was hast, da und da und das ist ja in der Tat einer der Punkte, wer jetzt schon ein bisschen lädiert ist, selbst wenn er chronische Schmerzen oder sonst was hat, auch chronische Schmerzen belasten unser Immunsystem weiter plus zusätzlich die Ängste in der aktuellen Krise macht uns anfälliger für Krankheiten, auch wenn weit und breit in unserer Umgebung keine Coronaviren zu sehen sind. So, die Silvia hat geschrieben, Silvia schabert, wenn ich es richtig sehe, Beschleunigung in der Produktentwicklung nach Corona. Silvia, ich denke, das ist ein mega Thema. Du bist Expertin, wie du Produktentwicklungsprozesse beschleunigen kannst und ich meine, eins ist klar, viele Unternehmen wissen noch gar nicht, wie tief die Krise, wissen wir alle noch nicht, wie tief die Krise uns und wie weit die Krise uns zurückwerfen wird. Aber wenn dann die Tore und irgendwann ist jede Krise vorbei und wenn dann der Aufschwung kommt, dann sind natürlich Unternehmen, die vielleicht ein neues Produkt mit deiner Hilfe in zwei Monaten fertigstellen können, statt in vier Monaten, sodass, wenn sie es zwei Monate vor ihrer Konkurrenz auf den Markt bringen und so weiter und so fort, da bist du natürlich King Kong. Also, ich würde einfach die Brücke an deiner Stelle im Storytelling bauen und sagen, wenn ihr, weil nach der Rezession kommen sie alle zu dir und dann bist du Wochen und Monate und wie lange im Voraus ausgebucht und dann ist so nach dem Motto, wenn ich drei Monate warten muss, damit du mir hilfst, das Produkt drei Monate schneller zu entwickeln, dann brauche ich dich sozusagen gar nicht mehr, weil sonst meine Marktschance schon abgefahren ist. Also, ich glaube, dass du eine super Story hast, in der jetzigen Zeit Leads, Interessenten einzusammeln und wenn du in der Vertragsgestaltung ein bisschen flexibel bist, die Leute werden vielleicht sagen, ja, ich weiß aber nicht, ob ich mit dir im Mai schon anfangen will, aber angenommen, du brauchst fünf Projekttage mit denen, dann sagst du, okay, wir machen einen Vertrag, du bist im Moment in meiner laufenden Liste Nummer drei, ob ich am 1. Mai anfangen kann zu coachen, weiß ich nicht oder am 1.7., aber die ersten acht Arbeitstage gehen dann jemand anders, auch wenn immer wieder Wirtschaft in dem und dem Bereich freigegeben ist, kann ich von Tag neun an dein Projekt an dritter Stelle reinnehmen, ist das spannend für dich, wenn du so schnell Berücksichtigung findest, also du kannst auch das Storytelling mäßig aus meiner Sicht gut nutzen und umsetzen. So, Sonja von Plata fragt, ich habe Kindermode und wir haben Lieferengpässe, Sonja in der momentanen Zeit, wenn die Leute eins gewohnt sind, sorry, wenn ich dir diesen Seitenschlenker mache, wir alle haben ja diese Klopapier-Paranoia bei vielen Menschen miterlebt, also wenn Menschen im Moment für eins Verständnis haben, dann ist es Lieferengpässe und mein Punkt ist, ich würde sie erstens proaktiv kommunizieren, also bevor andere dich darauf ansprechen und ich würde im Zweifel auch hingehen, wenn du jetzt sagst, ja es wird wahrscheinlich in zwei Monaten weitergehen, da und da, du weißt nicht, wann die Krise vorbei ist, wir alle wissen es nicht, aber du kannst vielleicht Aussagen machen und sagen, hier ich habe mit meinen Lieferanten den und den Vertrag geschlossen, ich habe schon ein Budget eingestellt, das nachher in Überstunden gearbeitet wird, wir gehen davon aus, wenn die Produktkapazitäten wieder verfügbar sind, 15 bis 20 Tage danach, wann immer dieser Tag X, es geht wieder los in Deutschland, der Shutdown ist komplett oder in den Teilbereichen, die für uns wichtig sind, aufgehoben, dann gehst du hin und kommunizierst das vorneweg. So, Online-Produkte fürs Schlafen, Barbara, auch die hören die Menschen jetzt überproportional gut zu, gar keine Frage, Martina Bölke fragt, weder Homeoffice noch online, Martina, ich weiß nicht, ich vermute auch mal, du kannst aber im Moment mit deinen Arbeitern nicht auf der Baustelle aktiv werden, für dich gilt auch der Hinweis, mach Listbuilding, sorg dafür, wenn es nachher wieder losgeht, dann sind alle wieder ganz schnell ausgebucht und die Cleveren sind diejenigen, die dann einen Handwerker unter Vertrag haben, der dann auch bereit ist zu kommen. So, Thomas Plappert hat gesagt, ich habe geile Aufhänger, ich habe ein geiles Angebot, also in deiner Situation, in der jetzigen Krise sowieso, du brauchst die richtigen Lagerfeuer, die richtigen Marktplätze, für dich ist die Strategie 250 Lagerfeuer, du warst einer derjenigen, die mich getriggert hat, dass ich die da reinbringe. Der Felix Nimmrichter hat gesagt, betriebliches Gesundheitswesen, wie setze ich mich vom Wettbewerb ab? Felix, deine Frage ist ganz konkret, die musst du strategisch als Unternehmer beantworten, was machst du anders als die anderen? Solange dein Coaching im betrieblichen Gesundheitswesen eine Commodity ist, wo der Kunde denkt, die kann ich an jeder Ecke so kaufen, wirst du es immer schwer haben und wirst du immer im Preis zu Kompromissen hängen müssen. Wenn du sagst, ich arbeite, entwickle ein unwiderstehliches Angebot, ich bringe so viel Coaching, so viel Extraleistung, so ein Gesamtpaket rein, dass der Kunde bei mir für das Budget, was er eh in den Bereich investiert, wird ja auch gesetzlich bezuschusst, dass er da das doppelt oder dreifach so coole Paket bekommt wie sonst. Das ist deine Story. Und Andreas Bika heißt es, glaube ich, für den habe ich aufgeschrieben, auch für dich, Andreas, gilt das Thema Leads einsammeln. Und damit bin ich auf die bisherigen Kommentare eingegangen. 21.35 Uhr mein Team, ich bin heute nicht Thomas Gottschalk und ich werde nicht überziehen und mein Team spielt mir jetzt hier einige weitere Fragen von euch rein und die konnten das ja in der Zeit alles vorlesen und ich gehe mal darauf, was mir hier gerade zugespielt wird. Katrin Kaiser sagt, guten Abend, meine Kunden wollen meinen Klavierunterricht kostenlos haben, was muss ich tun, damit sie wenigstens die 30 Euro monatlich ausgeben wollen. Also zunächst einmal dieses, ich kann jetzt erstmal nur mit Unverständnis reagieren. Sorry, ihr müsst bitte mir die Frage so lange lassen, bis ich darauf eine Antwort gegeben habe. Ansonsten kann ich, komm ich, die Frage ist weg, ich kann mir auch die Namen nicht so schnell merken. Also gebt mir bitte nochmal die Dame, die gefragt hat, wollen Klavierunterricht für 30 Euro kostenlos haben. Also mein Punkt ist, wir müssen zunächst einmal für unsere Produkte generell in unserem Storytelling eine Wertwahrnehmung aufbauen. Ich weiß nicht, Katrin, wie viele Jahre du Klavierunterricht genommen hast, ich weiß nicht, welche Klavierlehrer du hattest, aber ich kann mir gut vorstellen, bis man ein richtig guter Klavierlehrer ist, dass das einige hundert Stunden Ausbildung sind, dass das möglicherweise einen fünfstelligen oder noch höheren Betrag gekostet hat, bis du da warst, wo du bist. Vielleicht hast du Schüler und Schülerinnen, die nachher professionelle Konzertpianisten geworden sind, also alles Sachen, die ich nicht weiß und deswegen kann ich auch nichts zum Wert von dem sagen. Wenn, also ich empfinde ganz generell, lass mir noch einen Punkt sagen zu Dienstleistern, ich rate all meinen Kunden extrem vorsichtig zu sein, damit bei Dienstleistungen Discounts zu geben. Weil wenn du eine Produktionsmaschine hast, die kannst du schneller laufen lassen und je mehr Blech du zu VW Passats zusammendrückst in irgendwelchen Pressen, umso preiswerter wird der einzelne Passat. Aber wenn du Friseur bist, eine Stunde deines Lebens für Haare schneiden ist eine Stunde deines Lebens für Haare schneiden und deswegen würde ich dort eher Pakete anbieten. Ich würde eher hingehen und sagen, okay, du kommst zu mir zum Haare schneiden und dafür habe ich einen Kooperationspartner, der macht mit dir eine Farb- und Stilanalyse. Also ich kenne, ich kann deswegen die Frage Katrin nicht seriös beantworten. Ich kann nur zu einem raten, guter Klavierunterricht ist sein Geld wert. Ich weiß auch nicht, ob du Klavierunterricht für Kinder gibst. Ich kann mir vorstellen, der Unterschied zwischen einem Klavierlehrer, der nur Musikstücke spielen beibringt und einem Lehrer, der den Eltern versichert, ich habe meinen drei eigenen Kindern die Freude an der Musik vermittelt und das sehe ich als meine große Aufgabe, deinem Sohn, deiner Tochter, wenn du willst, ebenfalls die Freude an der Musik zu vermitteln und dann würde ich auch schauen, kannst du Pakete verkaufen, kannst du sagen, hey, wenn dein Kind sich gut weiterentwickeln will, dann braucht es zwei Stunden Klavierunterricht pro Woche und um dir das zu ermöglichen, dann machst du vielleicht einen Paketpreis, ähnlich wie bei einer Zehnerkarte im Schwimmbad und sagst, ab acht Klavierstunden pro Monat zahlst du nur sieben oder so etwas, also dass man da schon einen Anreiz schafft, aber mal unter uns und das ist vielleicht der wichtigste Hinweis, Katrin, wenn du, wovon ich mal ausgehe, wertvollen Klavierunterricht hast, dann sind die Leute, die noch nicht mal eine Stunde deiner Zeit mit 30 Euro im Monat vergüten wollen, schlichtweg, ich sage es ganz hart, für dich das falsche Lagerfeuer. Das ist die Wahrheit dahinter. Suche andere Lagerfeuer. Es gibt, aber ich brauche nur an meinen Familienfreundeskreis zu denken, es gibt genügend Menschen, für die eine Stunde guter Klavierunterricht, ganz ehrlich, für 30 Euro, in deren Erleben ein absolutes Schnäppchen wäre. Und das sind deine Kunden. So, das war die Katrin. Dann gebt mir noch mal weitere Fragen, die ihr gerade seht. Ich sehe hier die Mandy Korch zum Mentoring. Das ist ja ziemlich teuer. Was ist, wenn ich nach acht oder zehn Wochen feststelle, das ist nichts für mich oder meine Firma ist in Schwierigkeiten? Komme ich dann da wieder raus oder bin ich zwölf Monate gefangen? Manni, ich würde dir ganz offen sowohl für deine Produktentwicklung wie für unsere Produktentwicklung so eine Zusammenarbeit, wie jemand mit Storys umgeht und wie jemand auch mit unseren Storys Coaches und mit mir zusammen mit dem Brainstorming Ideen entwickelt und weiter poliert. Ich würde ganz offen der großen Mehrheit meiner Kunden gar nicht raten mit dem Mentoring einzusteigen, sondern ich würde raten in unser acht Wochen Blockbuster-Storyscript-Coaching zu gehen. Da hast du acht Wochen Video-Coaching mit mir plus du hast jede Woche in ganz kleinen Kreisen mit maximal 20 Teilnehmern in einer Zoom-Konferenz einen unserer professionellen Journalisten-Storys-Coaches, der mit dir zusammen deine Story weiterentwickelt. Und dann siehst du nach acht Wochen für ein ganz kleines Budget wie cool die erste Story ist. Und dann kommst du, wenn du Lust hast zum Dreitagesseminar. Je nachdem baue ich das im Paket zusammen, da ist das Dreitagesseminar nochmal als gratis drin. Dann arbeiten wir nochmal zweieinhalb Stunden. Dann kommst du in ein Studio, das ich bezahlt habe, wo Profikamera-Team ist, wo Profitechnik ist, Profiton ist, Profilicht ist. Und dann nehmen wir am Sonntagnachmittag eine mega coole Unternehmer-Story von dir auf. Dann nimmst du dir auf deine Webseite und dann guckst du dir auf Google Analytics auf drei Monate an, wie gut Storytelling für dich empirisch funktioniert. Für ein mega kleines Budget. Und wenn du dann sagst, das ist so cool, ich will den nächsten Schritt mit Storytelling tun, weil ich weiß, wie ich funktioniere und ich weiß, wie das Team vom Institut für Storytelling mich unterstützt, dann ist es eine mega runde Sache. Und von daher bin ich, auch wenn Kunden mich fragen, Alexander, verkaufst du mir ein halbes Schwein? Sag ich, lass uns mal bildhaft gesprochen mit dem Eisbein beginnen. Und wenn du das cool findest, wie wir das Eisbein schneiden und die Qualität stimmt und du kannst es nachher richtig zubereiten, dann sind wir vielleicht für den Rest deines Lebens, um in der Metapher zu bleiben, dein Story-Metzger. Wenn ich das so salopp formulieren darf. So, der Johannes schreibt, tolle Abend, tolle Inhalte, tolle Initiative, danke ans ganze Team. Okay, dann sag ich erstmal herzlichen Dank. Und habt ihr noch Fragen? Ich bin da ja gar... Ah, 21.42 Uhr. Ich hab noch einen Megapunkt zum Schluss und da muss mir das Team gleich wieder helfen, weil ich nicht weiß, wo das auf unserer Seite steht. Also, hier ist der Deal. Alle, die mich kennen von unseren 8-Wochen-Coachings, von meinen 3-Tage-Seminaren und von den Mentorings, wissen, dass einer meiner ganz großen Mentoren, dem ich unheimlich viel verdanke, mein, ja, ich würde sagen, im weitesten Sinne immer noch, auch nach vielen Jahren, auch wenn wir uns in eine Zeit schon nicht mehr so regelmäßig gesehen haben wie früher, ein guter alter Freund von mir ist der Ulrich Strunz. Und ich hab mit Ulrich Strunz angefangen in der 2000er Jahre. Es gibt niemand, aus meiner Sicht, der so viele Menschen zum dauerhaften, zur dauerhaften guten Gewohnheit regelmäßig Sport zu machen gebracht hat, wie Ulrich Strunz. Und ich war so unheimlich fasziniert von seiner Formel. Die Mühlung fragt, Uli, was ist deine Formel? Warum sind die Leute so erfolgreich? Und ich fasse mal ganz kurz zusammen, und das hatte ich in der Form vorher noch nie gehört, und er hat gesagt, Alex, das Erste, was du den Leuten geben musst, ist ein großes Warum. Wenn ihr am Jahresende sagt, geht mit mir auf den Kilimandscharo, dann ist auf einmal eine Stunde Joggen im Nieselregen im November kein Thema mehr, weil für den Kilimandscharo im nächsten Jahr wollen die fit sein. Er hat gesagt, das Zweite ist, du musst super konkrete Trainingspläne haben. Ich habe gesagt, Uli, was super konkret? Die meisten Leute sagen Jogg 3x30 Minuten, aber sie wissen nicht, ob sie bei 0 Grad eine Mütze aufziehen, bei minus 3 Grad vielleicht schon Handschuhe anziehen oder nicht. Und weil sie das nicht wissen, kriegen sie eine erste Erkältung und dann machen sie nicht weiter mit. Und dann hat das eigentliche Geheimnis gesagt, er hat zu mir gesagt, Alex, weißt du, was für mich der größte Motivationsturbo ist? Ich sage, nee. Sagt der, vergiss die Selbstmotivation des Einzelnen. Sorgt dafür, dass die Menschen zu einem Lauftreff gehen. Wenn zwei Kumpels sagt er zu mir, montags morgens um 7 Uhr bei dir Schellen und du guckst aus dem Fenster raus und die stehen da und sagen, los alter Turnschau an, wir wollten in den Wald. Dann hast du auf einmal ganz viel Selbstdisziplin und gehst mit deinen Kumpels joggen, auch wenn du allein noch eine Stunde im Bett liegen geblieben wärst, weil das Wetter so Mist ist. Und von daher hat Uli Strunz mir damals beigebracht, diese kleine Gruppen Gleichgesinnter. Und ich habe deswegen eines entschieden, ich will nach wie vor diese Storytelling-Gruppe begrenzt halten, weil wir auch mit unseren Coaches immer wieder da reinschauen, immer wieder die Fragen beantworten wollen und gute Qualität und guten Service machen. Aber ich habe mir überlegt, der eine oder andere von euch hat vielleicht einen guten Buddy, dem er sagen kann, du, wenn ich jetzt acht Wochen das Konzept mache, eigentlich würde ich gern, wenn wir uns zusammen Montagsabends in Christiani-Stunden angehört haben, würde ich gern mit dir zusammen an den Hausarbeiten arbeiten. Also wenn du ein, zwei, drei gute Buddies hast oder wenn du Unternehmer bist und hast eine kleine Kundenmannschaft und sagst, hey, die würden davon ebenfalls sehr profitieren, dann zeige ich dir, da oben steht das, glaube ich, dieses Feld Lade Freunde zum Zusehen ein. Ich habe meinem Team gesagt, wir lassen die nächsten drei Tage für alle, die in dieser Gruppe sind, die das heute gehört haben oder sich in den nächsten Tagen anhören, diese Gruppe offen, wenn ihr in den nächsten drei Tagen, ein oder zwei oder drei, wie mit wie vielen ihr immer ihr arbeiten wollt, Buddies empfehlt, sagt, geh auch in diese Gruppe, weil ich mit dir nachher die Hausaufgaben zusammen umsetzen will, dann ist das meine Einladung an euch zu sagen, gerade in den jetzigen Zeiten, wo wir alle vielleicht manchmal auch ein bisschen hin und her wabbeln, ein bisschen niedergeschlagen sind oder sonst was, wenn wir uns in Storytelling-Lauftreffs organisieren, und zwar in Storytelling-Lauftreffs dass du mit deinen Kollegen, denen du vertraust, die du schon kennst, dir ein offenes, ehrliches Feedback geben zu den Storys, die wir in den nächsten acht Wochen entwickeln, zu den Marketing-Kampagnen, die du entwickelst, dann glaube ich, wird das in der Umsetzung nochmal sehr viel cooler, und natürlich, damit ich Politiker korrekt bin, sind das jetzt alles in erster Linie virtuelle Gruppen und nur, wenn dieser Buddy mit dir jetzt schon in einem Haushalt lebt und so weiter, ihr wisst, wie das Ganze ist, dann guckt er wahrscheinlich sowieso schon jetzt über deinen Computer mit zu. So, ihr dürft mir gerne weitere Fragen da reinstellen, ich bin, oh, 21.46 Uhr, nein, jetzt muss ich bei meinem Committen, werde ich bei meinem Committen bleiben, fast ohne jede, Hans Kopenhöfer, der Hans ist da, ja, Hans ist so jemand, der war übrigens beim Drei-Tage-Seminar, kann euch ja noch irgendwann mal reinschreiben, hat die erste Storytelling-Idee umgesetzt und hat bis zum Beginn, bis zum Beginn des Mentorings schon dreieinhalb Millionen Euro Zusatzumsatz mit dem Verkauf seiner Solaranlagen umgesetzt, nur mit den ersten Ideen vom Storytelling, also wenn du gute Produkte hast und gut aufgestellt bist, dann weiß ich aus der Erfahrung Dutzender und Hunderter Beispiele, wie gut Storytelling dir hilft, es bei deinem Kunden so kristallklar im Kopf zu platzieren, dass der anschließend sich aus purem Eigennutz für dich entscheidet. Das ist das, was ich euch wünsche, ich hoffe, wir sehen uns in alter und neuer Frische in einer Woche wieder, nächsten Montag um 20.15 Uhr und bitte, ich gebe euch hier auch noch einen Hinweis, schaut in der Zwischenzeit in meinen YouTube-Kanal, wo ich nochmal detailliert auf das eingehe, wie wir das, was ich euch heute im Überblick als Konzept vorgestellt habe, in unserem eigenen Unternehmen Tag für Tag, Schritt für Schritt mit unserem eigenen Marketing-Team umsetzen und nachher auch ganz offen darüber richten, was funktioniert und was nicht funktioniert. Krisensituationen sind anders, es wird nicht mehr alles funktionieren, was in der Vergangenheit funktioniert hat, aber es wird, und das sehen wir jetzt schon, einige neue coole Dinge geben, die gerade in der jetzigen Zeit extrem gut funktionieren. Und wenn wir die in den nächsten acht Wochen zusammen rausfinden und ihr zu den Ersten gehört, die sie umsetzt, dann werdet ihr auch zu denen gehören, das ist mein Versprechen, die anschließend, wann immer die Asche vorbei, 3x, dass wir anschließend wie Phönix aus der Asche steigen. In dem Sinn, euch noch einen schönen Abend zusammen und bis zum nächsten Mal. Euer Alexander. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.